So, mal schauen, wie das mit dem Setting ist. Für mich ist es etwas Neues, für dich ist es ja das erste Mal. Was ist denn anders? Du meinst, du fühlst dich noch guter, als wenn du am Tisch sitzt? Vielleicht, ja. Ich weiss es wirklich nicht, weil am Tisch ist ein bisschen ein Bewerbungsgespräch. Und das ist cool für richtige Talks, so geredigmässig. Und heute lassen wir uns das einfach ein bisschen gehen lassen, weil ich mich schon so entspannt fühle. Das ist gut. Es wird auch noch sicher ein Erfolg sein, wie man das Mikrofon immer mitbewegt. Eben, darum habe ich mich entschieden für jetzt einfach voll zurücklehnen. Das ist gut. Das mache ich auch. Ich finde das gut. Es ist dein erster Podcast. Es sieht vielleicht dann zu lächer aus. Hey ja, es ist mein erster Podcast schon. Meinst du, es sieht zu lächer aus? Ich glaube nicht. Schau mal, wie ich hier sitze mit meinen bleichen Beinen. Die bleichen Beine, die eigentlich alles zurückreflektieren. Ich finde das gut. Das ist dein erster Podcast. Hast du Erwartungen? Äh nein, überhaupt nicht. Ich freue mich und ich lasse einfach um mich zukommen, habe ich irgendwie entschieden. Weil ich habe dann noch gefragt, muss ich etwas vorbereiten, muss ich etwas mitbringen, muss ich etwas machen. Dann hat es geheissen, gute Laune und Badhose. Badhose habe ich dabei. Gute Laune habe ich auch. Ich muss dazu sagen, das habe nicht einmal ich gesagt. Ja, das stimmt. Das hat er doch gesagt, ja. Und er dachte, ja, ist gut. Darum weiss ich jetzt nicht, was du da heute noch alles vorhast. Ich weiss es auch nicht. Das ist Teil des Podcasts. Auch ich lasse es auf mich zukommen. Und es kann in verschiedene Richtungen gehen. Zuerst möchte ich mich aber bedanken für dieses schöne Geschenk. Ah, bitte? Es gibt ganz wenige Menschen, die etwas mitbringen. Und du hast ja wirklich keine Mühe und Kosten gescheut. Sonst steht der Preis noch dran. Nein, nein. 7,723. Nein, nein, es ist kein Preis. Sondern, ich kenne das nicht einmal, Zuckerkrische Blüte. Genau. Ich habe gefunden, eine Zuckerkirschturte ist etwas kompliziert. Vor allem mit diesen Temperaturen. Und da hat es selbstverständlich auch Zuckerkirschen drin. Ah, natürlich. Ich habe dir das jetzt einfach angedichtet, dass du jemand bist, der vielleicht auch gerne etwas Schnaps zum Süssen hat. Und darum habe ich Kriseblüten mitgebracht. Meine Grossmutter hat früher noch, bevor ich ins Bett bin, wenn ich bei ihr war, hat sie gefunden, als ich eine Französin sah, hat sie gesagt, du veux un petit canard. Das heisst so eine kleine Ente, oder? Ja. Und das ist gesehen, ein Würfelzucker, den er in den Kirschturm getestet hat und dann hat er gegessen. Das kenne ich aber auch noch von meinem Vater. Ich glaube, das ist wirklich noch so richtig oldschool. Vor allem, wenn du etwas kränklich bist, hat er das einmal gesagt. Wenn du etwas kränklich bist, nimmst du in diesem Fall «petit canard», habe ich nicht gewusst, dass man es so sagt. Und dann bist du am nächsten Tag wieder fit. Aber dass du das als Kind schon bekommst… Hey, aus irgendeinem Grund habe ich gut geschlafen. Und ich glaube, das war das Ziel. Ich hoffe, du kannst diese vielleicht auch als Bettmümpfe nehmen und dann haut dich gerade weg mit dem Zuckerkirschen. Vielleicht für die Kinder meiner Freundin, wenn die mal nicht schlafen wollen. Ich habe da etwas für dich. Du willst nicht etwas süßes? Genau, genau. Nein, vor allem, es ist ein tolles Geschenk, weil ich habe bis jetzt einmal in meinem Leben eine Zuckerkirschtorte geschenkt bekommen. Und ich glaube, du hast mir sie sogar überreicht. An dieser Moderation, die ich hatte? Ja. Ah ja, schau jetzt, das hätte ich nicht mehr gewusst. Das weiss ich noch, weil es ist einerseits… Ich will vielleicht nicht sagen, wo und was genau, aber es war ein Event. Und du hast moderiert und ich war gebucht für einen Auftritt. Und ich glaube, ich habe von diesem Auftritt schon in diesem Podcast erzählt, weil es ist einer von denen gewesen, wo man jetzt so sagt… Und ich habe wirklich mit dir gelitten. Aber ich habe es trotzdem easy gefunden, weil ich mag ja trotzdem meinen Job. Also, weisst du, ich finde das nicht so schlimm. Ja, und ich glaube, das gibt es manchmal einfach. Also, das kenne ich auch als Moderatorin. Logisch. Mir ist es ja dann ein bisschen ähnlich gegangen. Du merkst halt, du hast ein Publikum, das irgendwie da ist, um einfach zu festen, einen Anlass zu haben. Und ihnen jetzt eigentlich egal ist. Also, ich glaube, es hätte den Roger Federer auf der Bühne stehen können und das hätte auch nicht alle interessiert. Das ist sehr lieb von dir, dass du es so sagst. Also. Was aber für mich dann das Highlight gewesen ist, ist, wo die Chefin irgendwann gekommen ist und gesagt hat, es tut mir so leid, ich habe noch gedacht, das kommt nicht gut. Nein! Hat sie das? Ich habe wirklich das in diesem Fall auch ein bisschen verdrängt, muss ich sagen. Wirklich? Ja, ich weiss, dass ich mit dir mitgelitten habe und dann einfach gehofft habe, dass du das eben mit Fassung trägst. Und ich kann mich aber wirklich so an Details nicht mehr so richtig erklären. Ja. Weil, weisst du, man erzählt es ja dann auch gerade sehr schnell sehr vielen Kollegen und Kolleginnen aus dem Business, weil das ist so, für diese Sache ist das deine Core Audience. Ja. Also wenn du einen scheiss Auftritt hast, dann weisst du in deinem Kopf während des Auftritts schon, ich kann es kaum erwarten, das dieser Person zu erzählen und dem und die werden das zum Schreien finden. Ja. Und darum, weisst du, weil du es dann gerade ein paar Mal erzählt hast, erinnerst du dich natürlich am Detail. Ja, stimmt. Und die Zungenkirschtorte, die habe ich ins Auto hier, bin nach Hause gefahren und ich habe natürlich keine Sekunde darüber überlegt, dass die vielleicht kalt gestellt werden müssten. Und somit hatte ich nicht einmal einen Biss von diesen Zungenkirschtorten. Nein. Aber es passt ja dann vielleicht zum Garten. Absolut. Und darum! Und jetzt versöhnen wir uns sozusagen mit diesem Abend. Ja, mit riesen Blüten. Also du darfst sie, glaube ich, auch nicht bei 35 Grad im Auto lassen. Also da ist auch Schokolade dran. Sie müssten dann schon auch gegessen werden. Ja, da, das geht ja noch. Aber ich habe gemerkt, die Zuckerkirschtorte hat ja irgendwie noch Ei und Rahm und whatever. Oder Milch oder was ist das? Die musst du schnell kühlstellen. Ja. Ich muss auch zugeben, obwohl ich ja wirklich eine stolze Zuckerin bin, ist Zuckerkirschtorte nicht mein Favorite. Wirklich? Ich weiss nicht, wenn ich das letzte Mal Zuckerkirschtorte gegessen habe. Ich weiss aber gar nicht, ob ich jemals Zuckerkirschtorte habe. Eben ja, es ist jetzt nicht, wie wenn du als Italiener sagen kannst, Tiramisu und jeder sagt, wow, wie geil. Und entscheiden sich die Geister. Tiramisu ist die Antwort, oder? Ja, das stimmt. Ist vielleicht 50-50. Aber ich glaube, die Zuckerkirschtorte hat jetzt nicht eine riesen Fangemeinschaft. Das empfinde ich sogar als Zuckerin. Ein bisschen so. Darum. Also jetzt gibt es noch Krieseblüte. Das habe ich auch nicht gewusst. Was gibt es sonst in Zuck? Ja, das ist sicher besser. Jetzt sind wir so weit. Auf dem Heimweg beim Bauernhof vorbei. Und so ein Krattchenkriese. Also das finde ich grossartig. Und dann muss ich das jetzt eigentlich nicht verarbeitet haben. Oder dann den Kirsten zum Fondue. Da bin ich auch dabei. Ja. Ja. Aber sonst so typisch Zuckerisch sind schon vor allem Kriese, würde ich sagen. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst vielleicht die Briefkäste. Ja, genau. Die Steuern halt. Zuck und Briefkäste in Schokolade. Genau, genau. Das ist ein Highlight. Und dann muss ich dann halt sagen, da bin ich dann doch auch wieder stolz. Ich bin ja nicht Zuckerei, Stadtzuckerei, sondern von Ägeri. Ja. Und dann ist das mit den Briefkästen weniger schlimm. Dort haben wir einen schönen See, Berge. Würdest du sagen, du bist ein richtiges Land? Absolutes Land. Ja. Ja, schon ein bisschen. Also auch jetzt noch? Ja, obwohl ich das immer nur aufs Lebensgefühl vielleicht beziehe. Oder ich sage manchmal, für mich ist ein Bünzli nicht so negativ angehaucht. Weil ich dann manchmal wirklich ein Bünzli bin, halt am Sonntag aufstehen, brunchen, nachher aufs Bike und im Bauernhof gehe, Eier und Kriese holen oder so. Ja. Das klingt mega bünzlig, aber ich beziehe das nicht wirklich auf meine Werte oder so. Also dort bin ich ja schon auch inzwischen ein bisschen Städterin und sehr liberal. Zwischendurch auch ein bisschen alternativ angehaucht. Also weisst du, nur weil das Land ein bist, bezieht sich das ja dann vielleicht nicht auf ... Nein, es bezieht sich nicht auf das ganze Leben. Genau. Aber was ich natürlich auch merke, wir sind ziemlich genau gleich alt. Ja. Und was ich so merke, und das habe ich jetzt auch gemerkt in meinem Umfeld, man ist so, ich sage jetzt mal, das ist jetzt sehr, sehr pauschal gesagt, aber so grundsätzlich irgendwie so in den Zwanzigerjahren probiert man so ein bisschen von dieser Identität wegzukommen, wo er auch immer begleitet hat in den ersten 20 Jahren. Und irgendwann ... Kommt man wieder zurück zu den Wurzeln. Ja. So Anfang, Mitte 30, tust du es dann wie nicht mehr für Nein und gehst so wieder ein bisschen wie zurück zu dem, was auch immer eben deine Wurzeln sind, die Ursprung ist. So. Und du kannst es natürlich dann eben differenzierter darstellen und es ist dann dann wie klarer. Ja, das stimmt. Der Teil ist von mir und der Teil ist vielleicht nicht mehr so. Ja, würde ich voll unterschreiben, obwohl ich glaube, dass ich schon sehr jung durch den Job schon auch so völlig in das Urbanen gerührt worden bin. Und ich glaube, dann schon kleiner. Also ich glaube, dass ich schon mit Mitte 20 wieder so ein bisschen das zurück zu den Wurzeln und ich weiss eigentlich genau, woher ich komme und wie ich ticke. Ich glaube, dass ich das nachher schon recht wenig wieder gewusst habe. Ja. Weil ich einfach auch vielleicht dann zwischen 18 und 25 schon so, dass die volle Ladung halt in der ganzen Welt herumgereist und beruflich dann schon so wieder in andere Welten abgetaucht bin, dass man irgendwie schon schneller wieder ein bisschen zurückgeschleudert hat. Aber ja, das stimmt, würde ich unterschreiben. Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen. Bei mir ist es jetzt auch nicht so ein riesiger Sprung. Bist du auch ein bisschen das Land ein? Nein, überhaupt nicht. Eben. Ich bin Stadtbasler und bei mir ist es wirklich mehr die Identität zu der Stadt, sage ich jetzt mal. Ja. Die habe ich zwar nie ganz verloren, aber ich habe schon gemerkt, wie ich mich jetzt muss distanzieren. So. Aber sind es dann auch Vorurteile, weisst du, wo dann nachher die Leute auch einfach ein bisschen einfach gerade an Kopf rühren? Also ich meine, zwischendurch merke ich das auch, wenn ich irgendwo in der Stadt oder so bin und die Leute mir nur schon wegen dem Dialekt eigentlich schon mich schon in die Schublade, die kommt vom Land steckt. Ich glaube, bei mir ist es wirklich mehr gesehen, dass ich das Gefühl habe, Decke fällt mir auf den Kopf. Und ich glaube, das ist bei vielen noch so, ob du jetzt im ganz kleinen Dorf aufwachst, oder auch in einer grossen Stadt, was du ja dann erlebst, ist ja trotzdem in so einem Mikrokosmos. Du gehst ja an die gleichen fünf, sechs Orte. Und eben vor allem, weisst du, das ist ja für mich jetzt schon wieder unvorstellbar, aber so Anfang 20, da hast du eigentlich keine Termine. Ja. Und dann ist es wirklich so, Donnstieg zu oben, ja logisch, gehst du raus, Freitag zu oben, und dann gehst du immer so ein bisschen an die gleichen Orte und sind immer die gleichen Leute. Und es ist ein riesen Gossip und Talk und so. Und dann hast du wirklich das Gefühl... Ja, und wie du sagst, es ist einfach die kleine Welt, die dich bewegt. Genau. Und dann hast du wirklich irgendwann das Gefühl, nein, das geht nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Ja. Und dann gehst du, etwa so zehn, fünfzehn Jahre später, gehst du in die gleichen Orte zurück und merkst, ah, es ist halt ein bisschen entspannter. Ja. Es ist jetzt alles recht easy. Aber auch, weil wir jetzt doch auch eben um 20 sind und man wahrscheinlich dann doch auch charakterlich sich weiterentwickelt. Ja. Und andere Leute auch. Und man hat ja dann auch mehr ein eigenes Leben und alle haben ein eigenes Leben. Und so, wie wir gerade sitzen, wird man ein bisschen entspannter. Also das merke ich zumindest bei mir. Ja. Dass wir 25 Sachen beschäftigt haben, wo ich heute wirklich darüber lache. Und ich glaube, das bezieht sich dann auch auf das ganze Leben. Ja. Also dann auf kleines, mega blödes Zeug, aber dann auch bei den grossen Fragen des Lebens, finde ich. Ja. Bist du einfach auch nicht mehr wie mit Anfangs 20. Zum Beispiel? Ja, halt wirklich mit Anfangs 20, was für einen Druck ich mir gemacht habe, was ich alles muss. Also ich will beruflich das, das und das, aber gleichzeitig eine Familie gründen, eine wunderschöne Ehe haben, irgendwann ein Häuschen kaufen, gleichzeitig mit meinen Eltern im Reinen sein, das, das und das. Und heute, also von all dem, was ich jetzt aufgezählt habe, habe ich vielleicht die Hälfte, wenn überhaupt. Und beim Rest ist es auch okay, so wie es ist. Also weisst du, es ist so, ja, es ist dann auch okay, wenn Sachen dann halt auch noch im Tue sind und man nicht überall jetzt diese Lösung irgendwie gefunden hat oder schon sie fixiert hat, wie man sie mit Anfangs 20 wirklich sich ausmalt. Ja. Ich glaube, es macht auch einen riesen Unterschied, wenn man, etwa jetzt zum Beispiel wie das, Anfang 20, wenn man sich Ziel setzt, dass man dann eigentlich nach dem Ziel lebt. Und schon nur, also ein Ziel setzen ist sicher etwas Tolles. Ich sage überhaupt nicht, man soll das nicht. Aber ich sehe auch immer ein bisschen Probleme, weil erstens, wie genau definierst du das Ziel? Ja, und du bist dann halt so unterwegs. Und es ist dann eine sehr binare Geschichte. Weil entweder du erreichst das Ziel und dann fragst du dich, was jetzt? Mhm. Und du hast vielleicht für zwei Sekunden ein Gefühl von Befriedigung. Ja. Oder du erreichst das Ziel nicht. Und springst die ganze Zeit irgendwie hinten rein. Ja, und machst dich selber kaputt wegen dem. Und, und ich glaube, das ist ja so etwas, wo mit der Zeit, wo man dann so merkt, hey, es ist vielleicht auch einfach easy, wenn man noch ein bisschen den Moment. Und es verschwimmt dann so ein wenig, ja. Ja. Mit 20 hat man es wirklich noch, also bei mir ist das zumindest so gewesen, vielleicht bin ich auch eine spezielle 20-Jährige gewesen, wo das schon so, das kann auch sein. Weisst du, vielleicht sagst du jetzt, ja nein, ich habe vielleicht auch ein Ziel gehabt, aber ich habe es jetzt nicht gerade so krass irgendwie gesteckt. Aber das habe ich jetzt schon noch recht gehabt. Ja. Und irgendwann beginnt es dann eben so etwas verschwimmen. Ja. Ein bisschen entspannter. Man merkt auch einfach, dass das Leben nicht so läuft, wie man das Gefühl hat. Das ist ja. Das ist auch so eine Erkenntnis, die du vielleicht mit 20 noch nicht hast. Und wird dann ein bisschen entspannter. Das ist das, was ich immer denke. Wenn du eine Schablone von deinem Plan nimmst und wie dann das Leben am Schluss wirklich ist, dann kannst du froh sein, wenn du nicht mehr mal ein schwarzes Pünktchen hast, das irgendwie übereinstimmt. Ja, aber es ist auch schön, dass man das vielleicht mit 20 noch das Gefühl hat, dass es so läuft, wie man es sich auch vorstellt. Oder ich mag das auch all den Menschen gönnen, wo es vielleicht tatsächlich auch so ist. Ja. Aber ich finde es auch schön, dass das Leben einem zwischendurch mal ein bisschen auf den Deckel haut und sagt, hey, du kannst mir da schon das planen und so, aber es läuft auch einfach nicht immer so, wie du es gerne hättest. Richtig. Und das ist auch etwas, was mich mega beruhigt hat mit der Zeit. Ja, ja. Weißt du, vor allem wenn man so ein bisschen control-free ist, dass man irgendwann merkt, hey, aber gewisse Sachen kannst du einfach nicht kontrollieren. Du musst dann halt einfach nehmen, wie es kommt. Ja. Und das mit der Zeit beruhigt haben das ja eigentlich auch. Bist du auch ein bisschen control-free? Ja, eben mehr gesehen. Okay. Nicht mehr so. Hat die dir jetzt gar nicht gegeben. Wirklich? Nein. Nein, aber es ist viel entspannter. Also weißt du, früher habe ich bei einem Plakat, stundenlang habe ich so die Schrift ein Millimeter nach rechts und dann wieder eins hoch und dann wieder geschaut. Ja. Ist perfekt. Ja, und dann wieder. Und weißt du, so Zeugs, auch dort entspannst du dich immer wie mich. Und lustigerweise wird ja, wie will ich sagen, auf etwas wie ein Plakat bezogen, die Vision wird irgendwie auch klarer. Dass du dann halt einfach etwas schneller an dem Ziel bist, das du dir gesagt hast. und du siehst dann halt die Details, die du noch willst und den Rest kannst du einslassen. Ja. Also eben control-free ist immer so ein Schleuderbegriff. Das sagt mir noch gerne. Ja. Aber ich merke es schon. Ich merke es schon. Ich merke schon, dass ich… Sind wir noch drauf? Alles gut. Der Christoph wandert rum. Und ich habe ja nicht mehr gesehen, ich bin schon so vertieft in… Ich hätte jetzt nicht das ansprechen, da wären wir drin geblieben. Ja, nein. Aber nein, das stimmt, was du sagst. Also control-free ist am Schluss ja einfach so mega negativ. Ja, ja. Und ich beschreibe mich zum Beispiel selber auch als einfach sehr perfektionistisch. Mhm. Und das empfinde ich überhaupt nicht nur als negativ. Ja. Gerade im Job oder so finde ich, ist das auch im Team halt wichtig, wenn die Leute irgendwie wissen, okay, sie macht das so und sie macht es gewissenhaft. Ja. Also… Absolut. Ist es nicht nur schlecht. Nein, nein, nein. Aber auch dort. Ich glaube, man lehrt dann im richtigen Moment zu einsetzen und in anderen Momenten sie zu lassen. Ja, genau. Ja, so ein bisschen das Mass halt zu finden. Ist es jetzt da nötig, noch irgendwie darauf zu beharren und den Perfektionismus irgendwie durchzudrücken oder kannst du jetzt dort auch mal sagen, ja, das ist jetzt gut. Also, das fällt mir jetzt einfach gerade ein und eben, das kommt dann noch mehr dazu. Aber ich weiss noch, als ich ein Theaterstück mitgespielt habe und ich habe bei der Premiere habe ich einen Satz eins zu früh gesagt. Ja. Und jemand anderes musste darauf reagieren, oder? Und die waren dann so kurz irritiert, so was. Und dann habe ich es gemerkt. Dann habe ich den ersten Satz gesagt und den zweiten und so. Und das ist ein von vielleicht drei Fehler, weisst du? Das war ein Fehler, das ich dort gemacht habe. Und ich bin dann in der Garderobe und ich habe die Hälfte des Zeugs, das dort war, zerstört. Weisst du, weil ich so hessig war auf mich. Ja. Und eben, das ist jetzt, ich sage jetzt mal, ein negativer Teil von Perfektionismus. Einerseits, sie geliebt zu dir selber. Andererseits, wie schlimm ist es wirklich? Nein, wenn du es nachher in der Vogelperspektive anschaust, musst du ja darüber lachen. Aber ich kenne das auch. Also wenn ich in einer Live-Sendung gerade am Anfang irgendwo wirklich einen blöden Versprecher oder so habe. Ich gehe zwar nicht gerade die Garderobe zerstören, aber ich rege mich dann wirklich richtig auf. Und muss nachher auch sagen, ja komm. Also. Aber ja, das ist dann halt so. Irgendwie, man will es gut machen und man weiss, dass man es eigentlich kann. Aber zwischendurch passiert halt dann solche Sachen. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne und das Gemeine. Weil man weiss, dass man es kann, aber es passiert trotzdem. Und es ist halt einfach menschlich. Ich kann aber sagen, inzwischen auch gut, dass es dann passiert. Und es kann sein, keine Ahnung, eine Stunde weniger geschläfen. Es kann sein, irgendwie schnell hat etwas rechts gefunkt. Oder ein Gedanke. Ja, die Hirne ist für eine Millisekunde erst schnell bei diesem Funkel gesehen. Was auch immer, gell? Aber sprechen nicht gerade auch dich, wenn du auf der Bühne stehst, die Leute genau auf das an. Weil das finde ich dann zum Beispiel schön, wenn mir nachher jemand schreibt. Ah, ich habe das so erfrischend gefunden, dass sie mal einen Fehler gemacht haben. Weil sonst sitzt man mal dort und denkt, ah ja, das ist alles so perfekt. Und es passiert nichts und es ist alles so durchgestudiert. Und dort habe ich kurz gesehen, dass sie dann schnell in Stress gekommen sind. Oder eben, dass es einem Fehler passiert ist. Und eigentlich ist das dann auch mega schön. Ja, bei Auftritt, glaube ich, checken die Leute nicht mehr, was ist jetzt ein Fehler und was nicht. Weil du es dann auch so aufnehmen kannst. Ja, ich glaube, es ist so ein fliessendes Ding. Es ist so eine bewegliche Materie, weil ich eh viel improvisiere. Und ich selber sehe es dann auch nicht mehr als Fehler. Voll. Ich vergleiche es immer mit Jazz. Du hast irgendwie so ein Grundthema. Ja. Und auf dem tut es so ein bisschen ein Theme. Und danach geht es aber... Du fährst aber ein bisschen Free-Style eigentlich. Dann geht es mal in die Richtung. Dann geht es mal irgendwie ein bisschen nacheinander. Ja. Und das Schlagzeug-Solo ist mal ein bisschen länger. Also, weisst du, irgendwie... Und das aber so ein totales Blackout, weisst du, irgendwie gehabt hast. Und dann irgendwie wirklich musst du lachen. Oder musst du sagen, jetzt habe ich völlig den Faden verloren oder so. Oder für das bist du einfach wie schon... Für das habe ich... So weit, dass du die Kurve viel schneller kriegst, dass die Leute es gar nicht merken. Ja. Für das habe ich zu viel, zu viel, äh... Zu viel Fahrschirm. Ja, eigentlich ja mega cool, ja. Ja, weisst du, zum Beispiel meine Set-Liste. Einfach schon nur, weil ich weiss, dass die Set-Liste dort ist. Ja. Ich hatte es ja Zeit gehabt am Abend. So, irgendwie... Ich schreibe einfach irgendwie... Ja, so ein Strichwort. Genau. Wirklich einfach Zug. Ja. Kirschtorte. Whatever. Ja. Und schon nur zu wissen, dass die dort ist, ähm... Beruhigt mich irgendwie. Und, hey, eben dann... Der Klassiker ist... Das sehe ich auch bei anderen. So nach meinem Auftritt sagen sie... Ah! Ich habe den vergessen. Und es ist, weisst du, es ist so ein Satz irgendwie... Irgendeinem dazwischen. Ja. Wo es so für dich so... Ah, das war der grosse Lacher gewesen. Ja. Aber eben, das ist, das ist etwas, was nach aussen nicht gross merkst. Die Leute, die das ja überhaupt nicht mitkommen. Nein. Also, mitbekommen die eben keine Ahnung, was du hast wollen. Oder... Genau. Was wichtig war oder so. Und eben, du kannst... In der Comedy kannst du es eh so offensiv ansprechen. Staty obvious. Dass eben, dass dann alles schon wieder eingebaut wird, oder? Ja, völlig. Ja, ja. Also, wenn ich irgendwie Divertiment oder so schaue, gar nicht davon aus, dass die Hälfte von Sachen, die aussehen wie Pannen, genau so müssen, sind und in jeder Show so sind, oder? Und darum... Ja, und zum Teil, weißt du, irgendwie nach 30 Shows wirklich eine Panne siehst und dann sagst, ah geil, das macht es ja noch besser. Genau. Also, paltest es bei. Genau. Genau. Darum kriegt es ja auch... Völlig. Kriegt es ja immer so mehr Eigenleben. Ja, das stimmt. Du lässt es halt wirklich wie passieren, so, oder? Ja. Und ich weiss noch, als ich Eventmoderationen gemacht habe, du hättest viel kritischer gesehen. Ja. Ja, du hast halt dann gleich so einen gewissen Anspruch an Richtigkeit, oder... Und du hast einen Auftrag. Genau. Und ja, das stimmt. Du hast wahrscheinlich ein wenig weniger Freiheit, um die Fallschirme, wie du sie jetzt genannt hast, nach einfach so schnell zu zücken. Du hast auch gleich ein ziemliches Raster oder den Weg, den du irgendwie durch musst. Und dann kannst du wieder nicht viel improvisieren, aber... Und vor allem die Rolle ist ja etwas anderes. Ja, das sowieso. Immer wenn Leute fragen, ob ich moderieren würde und noch einen kommenden Auftritt machen, muss ich sagen, es geht nicht zusammen. Mhm. Weil... In der Moderation stellst du dich eigentlich über das Publikum. Weil du musst es im Griff haben, du musst alles wissen. Mhm. Von dem oben, von dem Event, was auch immer. Du hast alle Informationen und du gibst die weiter. Und... Und zum Teil bist du ja also ein bisschen... Fast schon eine Lehrperson. Weil du sagst ja dann... Ja völlig. Hallo! Jetzt das! Ja, jetzt passiert das! Also du... Ja. Du bist ja eigentlich so ein bisschen das Sprachrohr dann vom Kunden. Ja. Weil du halt einfach dich willst, um all diese Informationen zu übermitteln, die jetzt um den Abend zum Beispiel dann übermittelt werden. Ja. Und von einem, was auch immer, Comedian, Gabarettist, Show, Act, verlangst du dann auch etwas ganz anderes. Richtig. Dass du dann gerade da um ein paar Minuten irgendwo abtauchen, lustig hast, was auch immer. Und ich sehe halt in der Rollenverteilung sehe ich dann... Ja. Es sagt mir auch in der Comedy gibt es drei Sorten von Rollen. Es gibt eben die Person, die sich über das Publikum stellt. Es gibt die Person, die so... Jemand von uns. Ich bin etwa in dem Ding. Und dann gibt es die, die sich unter das Publikum stellen. Und wirklich, ich mache, ich lache jetzt über dich. Du bist jetzt die Trottelfigur in diesem Raum. Hofnarr. Also weisst du... Ja. So das. Das haben wir noch nie überlegt. Ja voll. Und meine Rolle als Comedian, sage ich jetzt mal, die sehr nahe ist bei meinem achten Vase, ist, ich bin halt jemand von diesen Leuten dort. Ja. Und das ist dann wie zu wenig für eine Moderation. Weil es ist dann so, ja, also dann hat es ja auch keine Ahnung. Ja. Die Linda, die irgendwer da arbeitet, die hat das ja auch machen können. Weisst? Oder ja. Oder der Peter von der Buchhaltung. Fühlst du dich dann aber auch weniger wohl in dieser Rolle? Nehme ich an. Mega. Ich habe das gar nicht ganz schlimm gefunden. Ich glaube das. Und bei mir ist es dann eben lustigerweise genau umgekehrt. Weil ich jetzt finde, ich bin zwar privat eigentlich, glaube ich, recht ein lustiger Mensch. Ja. Aber ich kann das wie nicht mit fremden Leuten, glaube ich, teilen. Es ist für mich zum Beispiel viel einfacher in die Rolle der Moderatorin zu schlüpfen, die einen ganz klaren Auftrag hat. Mhm. Und ich fände es dann viel schlimmer, wenn ich müsste irgendwie spontan oder eben, wie du so sagst, nachher so ein bisschen das, ja, auf der gleichen Ebene eigentlich sein und die Leute abholen, einbinden, sonst, oder? Ja, ja. Aber so sind, das finde ich immer das Schöne, so sind Menschen unterschiedlich. Ja. Weil, weil ich das selber auch gemacht habe, habe ich den grössten Respekt für Eventmoderation. Also wirklich der grösste. Nein, ohne sage ich, weil es ist mega viel Vorbereitung, was die Leute nicht checken. Ich habe es auch bei meinem Vater gesehen. Mein Vater macht eigentlich nicht mehr so Zeugs, aber er hat einmal, ist er für irgendetwas mega Spezifisches mit irgendwie so Wasserpumpen, Klärwerk, keine Ahnung was, weißt du? Ja. Dann hat er sich zwei Wochen in die Materie eingelesen. Ja, absolut. Und dann hat er mir ein halbes Jahr von dem erzählt. Die Leute erwarten ja das dann auch. Also ich habe auch so Events, ich mache jeden Tag so den Küchenkongress, wo du wirklich aus der Branche die neuesten ... Das ist ein geiles Wort. Ja, das klingt schon so geil. Aber du hast dann wirklich ... Und dann muss ich mich einlesen. Du hast dann einfach alles Experten und Profis auf diesem Gebiet und machst dann irgendwie Podiumsgespräche oder hast Referate nachher mit Fragerunde. Und dann kommt er und sagt irgendwie, ja, der Kasper Fungi, den wir hinten montiert haben. Dann musst du wissen, was der Kasper Fungi ist. Ja, dann musst du wissen, was das ist. Ja, oder du musst zumindest so überbrücken können, dass man nicht merkt, dass du keine Ahnung hast. Und ich finde aber, das macht es auch aus, weil inzwischen brauche ich das aber auch ein wenig. Weil das klingt mega blöd. Am Anfang findest du es auch einfach wahnsinnig toll, wenn du so einen Galaabend moderierst. Aber du bist einfach nur dazu da zum Gäste begrüssen. Dann machst du ein Act an und dann machst du noch die Verabschiedung. Und das muss man auch gewissenhaft machen. Aber es ist mir dann manchmal einfach zu wenig tief gegangen. Also ich finde es dann schon auch cool, eben mal zwei Wochen in die Küchebranche abzutauchen und sehen, und du denkst, aha, es gibt das und die beschäftigt sich mit dem und im Moment ist das Thema das. Und du nachher von Fachkräftemangel über irgendwie die neuesten Geräte in der Küche bis hin zu New Work und Smart Home und weiss ich noch was. Einfach mal kannst du wirklich so irgendwie abtauchen in den, ich nenne es einmal wie so einen Maulwurfgang, wo du nur noch in dem bist. Das finde ich mega cool. Ja, weil das habe ich auch gemerkt. Eben so die, hallo, schön sind ihr da, dort ist der Schoggistand, da gibt es Getränke. Schönen Abend. Das sind die, wo ich wirklich, nach so einem bin ich im Auto gesessen und habe wirklich... Ja. Was mache ich da? Ja, also... Nicht ernsthaft Selbstmordgedanken, aber weisst du schon so... Ja, ich bin genau bei dir. What the f... So. Ja. Und dort habe ich auch, weisst du, so brutales Imposter-Syndrom gehabt. Weil ich dachte, nur weil ich keinem Mikrofon sprechen kann, ich sollte nicht so viel Geld bekommen, für das ich jetzt das gerade gemacht habe. Irgendwie. Ja, ja voll. Und eben, ich glaube, die nächste Stufe ist dann effektiv, ja, du bist informiert über welchen Bereich auch immer. Du machst das, du machst das halt wirklich auch als Teil von deinem Beruf. Und bei mir ist dann gesehen, ich mache es halt mit der Comedy, so. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich glaube, bei mir so wirklich noch so der letzte ausschlaggebende Punkt ist, und das weiss ich nicht, das ist vielleicht als Maden auch nicht so das Thema, wenn nachher noch irgendwie, weisst du, so die Begrüssung ist, eben an so einem Galaabend, ja, und wir haben sie eigentlich noch einfach eingeladen, weil sie sieht jetzt noch gut aus und geht jetzt am Abend eigentlich einfach noch, wir haben noch jemanden Hübsches braucht, das sie noch begrüsst. Und dann sagst du zwei Sätze. Das Kleid. Genau. Und das Glitzerkleid. Und sie darf zwei Sätze sagen. Und dann ist wirklich so, nein, nein, das, nein, auf das habe ich irgendwie nicht hingeschafft. Das ist nicht das, wo der Kern von dem Job eigentlich ist. Ja, ja, ich glaube eben auch dort gibt es dann mehr so das Imposter-Syndrom. Also, weisst du, wirklich so, braucht es mich wirklich für das? Genau. Ja. Aber, ja, das ist immer ein schwieriger Teil. Wie sind wir jetzt auf das überhaupt gekommen? Ja, wir sind irgendwie schon überall durch. Einfach von dem Unterschied bei dir dann mit der Comedy. Ah, wegen der Fahler. Genau. Wegen der Fahler und Panne. Bei der Moderation, die verliebt es halt vielleicht eher. Richtig. Weil, das erzähle ich dir jetzt. Ich habe, und das ist ganz, ganz am Anfang gewesen, dort habe ich irgendwie, ich glaube, 400 Franken habe ich gekriegt, um ein Eierlaset zu moderieren. Was ist das? Also, jetzt kann ich dir mal etwas erzählen. Eierlaset ist irgendein so ein komisches Tradition. Vielleicht musst du es auch mal googeln. Eierlaset. Eierlaset ist so ein, ja, ich weiss nicht wie traditionell es ist, aber auf jeden Fall ist es ein Event, wo verschiedene Teams… Also, wo sind wir im Baselbiet? Das war jetzt einfach im Baselbiet, ja. Aha, okay, ja. Und es hat, glaube ich, schon damit zu tun, dass du irgendwie zu viele Eier hast und irgendwie so. Und verschiedene Teams bringen dann bei so einem Eierlaset-Event in so einer Staffette möglichst schnell Eier von A nach B. Ah ja, schau jetzt, das sieht man hier. Hier, Achtung. Also, die Eier sind dort zum Beispiel in diesem Anzug drin. Alter, Frühling… Ja, irgendwie wird es dort aufgelassen, sie sind irgendwie auf so einem Türmchen. Ja, dort auf dem… Jawohl. Buchbarkeitsplan, also. Hm, zum Vertreiben des Winters, wie so vieles. Ein bisschen wie sexy Leute. Wie sexy Leute, wie pass-for-fass-la. Also, wenn du nicht weisst, was machen, mach einfach irgendetwas und sag, es ist zum den Wintervertreiben. Ja, gut, also ich will jetzt dazu sagen, die Luzerner Fasnacht ist einer der wichtigsten Anlässen in der Schweiz, um von den Eiern zu lesen. Das habe ich jetzt noch nie etwas gehört. Also, einfach schnell, um noch ein bisschen… Ich habe nicht, ich habe nicht. Gut. Also, vor dem habe ich auch nicht gewusst, was eine Eierlaset ist. Gut. Und ich habe extra die Basler Fasnacht genannt und ich liebe die Basler Fasnacht. Ich bin grosse, grosse Vertreter für meinen Geist der Basler Fasnacht. Und darum habe ich nicht die Luzerner Fasnacht genannt. Ähm, also, und ich musste das moderieren. So. Ah, okay. Mhm. Und eben, das war einfach mein erster Auftrag gewesen. So, oder? Und irgendwie… Also, ich glaube, das ist niemand verstört worden. Das ist jetzt auch verjört, also lassen wir es mal so. Ähm, und dort ist dann irgendwie, weißt du so, ein Team war freiwillige Feuerwehr. Mhm. Und ein Team war irgendwie irgendwie die Polizeigruppe so und so und bla bla. Und wegen Fehler, ich bin wahnsinnig schlecht mit Namen und ich bin, äh, also ich kann es nicht merken, so. Das ist mein grosses Manko in meinem Leben, ja. Ja. Ja, Sebastian, ja. Und, ähm, und dort ist es so gesehen, das ist nicht der gleiche Event gesehen, aber von den gleichen Leuten organisiert. Ich habe so ein anderes Mal so ein Stabhochsprung-Event gesehen, wo irgendwie, äh, damals einen verdottet, der ist wirklich sehr gut auch schweizweit in der Lichtathletik gesehen und so. Äh, und den ganzen Tag habe ich gesagt, äh, Hauptsponsor, Yenkerwurst oder irgendwie so. Bis irgendwann, aber erst so um fünf Uhr am Nachmittag, so nach fünf Stunden, kommt jemand und sagt, es heisst im Fall Yenzer, nicht Yenker. Und ich habe immer irgendwie versucht, das Logo abzulesen. Also, das war die Seite. Also, so der Hauptsponsor, so der Auftraggeber. Einfach knallhart mal. Jawohl. Und bei der Maya-Laser-Ding ist am Schluss Rangvergabe, Platz drei, Platz zwei, Platz eins. Und alle haben schon gewusst, wer gewonnen hat, weißt. Ja. Aber auf dich musste es noch moderieren. Ich hätte gesagt, du hast noch verkackt, wer der Sieger ist, so wie bei den Oscars. Ja, genau. Moonlight und was ich sehe. Lalaland. Ähm, und dann sage ich immer dritten Platz so und so. Zweiter Platz so und so. Und den ersten Platz, ich habe es nicht mehr gewusst. Und ich musste den ersten Platz ansagen. Und ich bin wirklich so dort. Und dann habe ich mich aber gut geredet, weil ich mich einfach so gesehen habe. Und der erste Platz. Sagen Sie es gleich selber. Ja. Was sagt es? Was sagt es? Und dann immer so, freiwillige Firma. Und ich so, jawohl. Und ich so. Gott sei Dank. Und das ist wirklich. Ja. Die Scham von diesem Jänker Jänzer. Ja. Also weisst, auch das Gefühl, wenn ich dir das heute erzählt habe. Ich weiss irgendwie, morgen, wenn ich dusche, irgendwann macht es. Plötzlich kommt es wieder. Und es schudert wieder. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da kommt dann bei mir einfach wirklich auch wieder die Perfektionistin vorne. Also auch wenn ich in meinem Interview bei den Sports Awards den Preis am Roger Federer übergeben habe, dann habe ich mir den Namen auf meinem Karten aufgeschrieben. Ja. Weil einfach, seit ich den Job mache, seit so und so viele Jahre, immer darauf warten, dass irgendwann der total Blackout kommt und du das einfach brauchst. Ja. Das ist bis jetzt noch nie passiert. Aber eben. Also ich würde auch nochmal, wenn ich am Tag 50 Mal freiwillige Feuerwehr gesagt habe, ich würde mir das im Fall auch nochmal aufschreiben. Ja. Und du merkst aber natürlich auch die Liebe zur Sache, wo ich so merke, das alles habe ich. In der Comedy habe ich alle die Fallschirme, dass so etwas gar nicht passieren kann. Ja. Und bei Eventmoderationen habe ich es nicht so gehabt. Ja, eben. Du hast einen anderen Auftrag. Ja. Als Comedian bist du irgendwie frei, du hast so einen gewissen Freipass auch, glaube ich. Ja, schon. Ja. Und als Moderator, Moderatorin hast du einen klaren Auftrag. Ja. Und dann kannst du dann entweder gut machen oder du kannst, wie du jetzt beschrieben hast, vielleicht auch wirklich verkacken, aber du hast dich gut gerettet. Ja. Dort hast du mich gut gerettet. Jenkel Jensel, das kannst du nicht retten. Ja. Das ist... Aber dort bin ich dann wirklich auch pingelig. Du hast dann manchmal auch Kunden, wo du irgendein Briefing bekommst, wo du sagen musst, hey, das verhebt hinten und vorne nicht. Ich muss wissen, wer ist das? Was ist denn seine Funktion? Wie wird mein Name ausgesprochen? Ja, ja. Einfach wirklich alles so Sachen. Dort bin ich dann auch ganz, ganz schlimm. Weil... Auch gut ist so... Zeitplan. Genau. Dann schicken sie den ersten Zeitplan. Und für jede Moderation... Ja. Fünf bis sieben Minuten. Und du weisst genau, ja, eigentlich 40 Sekunden reicht locker. Aber eben, das ist dann aber... Ich finde, wenn sie dort aber noch ein Vertrauen in dich haben, dass du sagen kannst, hey, ich überarbeite das nochmal, ich mache ihnen einen Vorschlag, ich würde so und so machen... Ja, ja. Aber eben, das ist okay. Das ist so viel Arbeit. Nein, das ist extrem viel Arbeit. Das ist so viel Arbeit, die die Leute nicht sehen. Ja, das ist so. Ja, aber es ist schön, dass du jetzt das mal sagst und du das eben auch kennst. Ja. Weil ich dann schon gar nicht diskutiere. Oder wenn die Leute nachher sagen, ja, dann kommst du da am Abend und du einfach schnell eine Stunde arbeiten. Ja, ja. Machst du das, was du eh kannst. Das ist ja ein bisschen dein Hobby. Ja, ja. Einfach ein bisschen schnurren. Das kannst du halt gut. Ja, ja. Und dann gehst du wieder heim und das ist so wie. Ja, das kennst du ja auch. Du kommst und bist ein bisschen lustig und gehst wieder heim. Und das Geile ist, im Idealfall, und das ist mir einmal passiert, und das ist ich glaube noch für Moderation gesehen, auch nicht für Comedy, haben sie wirklich gesagt, ja, nein, also weisst du, für diesen Preis und so, sind wir nicht sicher. Weil wir haben noch der So und So, weisst du, bei uns im Verein oder was auch immer. Der macht das auch gerne, weisst du? Und der macht das auch gut. Und ich so, hey, dann ist doch super. Perfekt. Nehmt den, viel Spass. Ja. Und dann haben sie das Jahr darauf mich wieder angefangen. Et voilà. Weil das ist ja noch das schönste Kompliment. Das kenne ich ja dann genau auch. Du machst schon eine Offerte. So nice. Ja, also. Können sie mir erklären, wie sie auf den Betrag kommen? Ja, ich möchte gerne ein Treffen im Voraus. Ich möchte das und das. Bei Podiumsgesprächen möchte ich mit allen Gästen schnell telefonieren voraus. Fragen. Aha, ja. Okay, okay. Also ja, gut. Dann machen wir das jetzt mal. Und wenn nachher jemand kommt und sagt, ja, wir haben eben letztes Mal, hat da die Miss Bern das moderiert. Und ja, man merkt jetzt da wirklich, also es war ein Riesenunterschied. Ja, hoffentlich. Ja. Weil, dass die Miss Bern das mit voller Elan und Liebe gemacht hat, ja, das glaube ich. Aber es ist nicht ihr Beruf. Ja. Und mein Beruf ist es. Ja. Seit 15 Jahren oder noch länger. Und das finde ich dann schon schön, wenn die Leute am Schluss sagen können, ja, man hat den Unterschied gemerkt. Und. Ja, und vor allem. Es hat sich gelohnt von mir aus. Oder wir sehen jetzt, wo die Arbeit überall auch steckt. Ja. Also wie du sagst, ja, wir haben noch jemanden, der noch gerne ein bisschen schnurrt. Ja komm, der soll es machen. Ja. Und hoffentlich zeigt sich dann eben auch ein Unterschied. Und ich meine, also wenn man sich Roger Federer aufs Karten schreibt, das ist nächstes Level. Hey, ich hatte jetzt etwas von meinen geheimsten. Das ist nächstes Level. Das finde ich auch richtig geil. Grössten Geheimnisverraten. Das ist wirklich so eine innerste Angst, dass du eines Tages so ein Blackout haben könntest, dass einfach das wegfällt. Ja. Ja, dort ist wirklich soweit, ist mein perfektes. Fodscher. Fodscher, red er doch. Stell dir das vor, du überreichst aber Roger Federer den Award, den Winner für sein Lebenswerk. Und du sagst irgendeinen falschen Namen. Das ist schon so ein bisschen... Jo logisch. Du siehst, weil das, eben dort war ich so, jo logisch, Roger Federer. Ja, natürlich ist es logisch. Ich könnte dir heute rückblickend alle Preisträger auswendig aufzählen. Aber es ist ja wie bei Quizshows, gell? Genau. Wenn Menschen zu Hause sitzen, auf dem Sofa, sagen sie, ja es ist doch einfach, oder? Ja. Und wenn sie dann aber wirklich für 200'000 Franken oder was auch immer die Frage beantworten, dann fragst du... Und plötzlich fangst du... Dann bist du siebenmal am überlegen, dann kannst du eh nicht ganz... Ja, und so dein eigener Hirn spielt dir dann auch so ein bisschen einen Streich. Ja, ja, ja. Oder ich bin inzwischen manchmal sogar an dem Punkt, dass eben genau das passiert, dass 30 Sekunden bevor ich Roger Federer sagen muss, so irgend so ein kleines Tiefeli kommt so... Haha, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn du jetzt im nationalen Fernsehen in einer Live-Sendung würdest, anstatt Roger Federer... Was wäre mega lustig? Am nächsten Tag wäre es die Titelseite vom Blick. Ja, der Forger... Der Forger Rederer. Der Forger Rederer finde ich schon nicht so. Und dann sitzt da das Tiefeli und zeigt dir das noch. Irgendwie 10 Sekunden bevor du das sagen musst, und du tust so... Geh jetzt weg! Lass mich sein! Und... Ja... Du weisst, es wird funktionieren, aber es ist einfach eher noch so eine kleine Angst. Oder... Rogerer. Das wäre auch geil. Ach... Ja, es gäbe viele Varianten. Der Federer Rogerer. Tue jetzt nicht nach. Nein! Aber es wäre genau das. Es kommt nicht mehr weiter. Also so blöde Dinge, wo es da halt manchmal gibt, wo du vorher mit jemandem noch geredet hast, wo du dann diesen Vornamen könntest. Ja, ja, ja. Im Nächsten irgendwie, weil es ähnlich ist oder so. Ja... Das ist ja... Also... Es ist aber... Wie ich sage es... Es ist ja auch... In dem ganzen Zeug gibt es ja auch immer Sympathie. Weil... Eines von meinen Lieblingsvideos ist ja schon der Hans-Jucker-Blooper-Reel. Ja, natürlich. Wo er irgendwie... Was sagt er? Also das eine, was sehr charmant ist, als er an Peter Müller Silvan Zurbrück sucht. Ja, genau. Oder umgekehrt. Ja, eben genau. Er sagt, ich bin der Peter Müller. Ah, nein! Verrecklich! Nein, verrecklich! Ja, natürlich! Absolut! Also... Ich glaube auch, dass ganz viele Leute sich bei mir melden und es sehr lustig finden. Aber... Du willst halt einfach nicht, dass es passiert. Aber natürlich ist es lustig. Es gibt ja zum Beispiel die Theorie, dass... Jennifer Lawrence hat ja zweimal den Oscar gewonnen. Und als sie das erste Mal gewinnt, läuft sie hoch und stolpert. Jawohl. Und danach hat sich das so ein mega Ding gesehen. Ah, sie gewinnt den Oscar und sie stolpert und so. Und das Jahr darauf gewinnt sie wieder und ist wieder gestolpert. Und da gibt es eine Theorie, dass sie es extra gemacht hat. Ah, schau jetzt! Weil, eben, dann bist du näher bei den Leuten. Du fühlst gerade sympathisch. Du bist näher bei den Leuten, du bist nicht so abgehoben. Ja. Ich bin Oscar-Gewinnerin und ich habe nichts mehr mit den Menschen zu tun. Ja, das könnte ich mir gar noch vorstellen. Wenn man vielleicht einen Oscar gewinnt, dass man sich das überlegt so, wie könnte man jetzt da... Okay, spannend. Ja, eben, die Leute lieben ja das. Also darum auch, was gibt es da alles auf Social Media mit dem Zapp in Zappelot, was es da alles gibt. Ich meine, am Schluss, das lebt davon, dass einfach... Ja. Im letzten Sportpanorama, wo noch die Hockey-WM gelaufen ist, habe ich Schwedien gesagt. Oh, das ist aber ein gutes Land. Schwedien finde ich gut. Schwedien? Ja. Und ja, natürlich ist es mega lustig, aber kannst du dir vorstellen, wie ich, wenn ich eine Garderobe hatte, die auseinandergenommen hätte, während der Beitrag nachher gelaufen ist. Du hast einfach Schwedien gesagt. Aber ja, voilà. Und ja, ich habe natürlich so viele Nachrichten bekommen, wie wenn die Sendung perfekt läuft. Nichts, ja. Ein Kollege von mir, noch beim Radio damals, der noch die Nachrichten gelesen hat, musste man merken, dass Freddy Bickel sehr gut aufpassen muss, wo man welchen Buchstaben herstellt. Oh! Eben, wenn die ersten beiden vertuscht sind. Späti? Nein, er hat schon Freddy gesagt, aber er ist bei dem F geblieben und dann hat er sich gerade noch korrigiert. Ja. Aber es ist natürlich... Ich habe beim Radio auch mal noch gesagt, anstatt es fangt anzuregnen, habe ich gesagt, es fangt anzuregnen. Ja. Ja. Das könnte man zwar noch dialektmässig, so ganz leicht... Also, bei NRG hat es eine Rubrik gegeben, der Energy Downtown Live Mix. Ja, auch da ist mit einem F halt dann gerade... Nein, es war ein W. Ah, ja, okay. Da habe ich effektiv durch den Energy Downtown Live Mix anmoderiert. Oder auch gut. Ja, eben gesehen hast du, aber das ist halt... Ja. Und ich habe noch Joel vom Mutzenbecher. Ja, gut, der bringt mit sich schon auch. Ja, eben. Und seit langem habe ich es anscheinend schnell gesagt. Also, ich habe es schon richtig gesagt. Ich habe gesagt vom Mutzenbecher. Okay, gut. Und die Leute haben es dann auch sehr gerne anders verstanden. Ja, ja, ja. Ja, man gehört ja dann manchmal auch gerne das. Genau, genau. Das kommt ja noch dazu. Ja, also da bewundere ich dann einmal wieder. Oder eben, ich sage jetzt gerade dann in meinen Unterhaltungssendungen kannst du solche Sachen manchmal umgehen. Das ist dann vielleicht wie bei dir bei der Comedy. Da hast du mehrere Schleichwege. Aber ein guter Freund von mir, der die Tagesschau macht, wenn du dann einfach so viele Namen, andere Länder, jetzt die ganzen Ortschaften in der Ukraine und so. Huuu, da wäre ich dann auch wirklich so ein wenig auf Nadeln. Weil es dort dann eben oft so Sachen gibt, die dann plötzlich sehr lustig tönen. Und gerade wenn es dann irgendwie mit einem Krieg in Verbindung ist, willst du dann das einfach. Nein. Und vor allem dann geht ja irgendwie eine halbe Stunde drauf, um herauszufinden, wie man etwas richtig ausspricht. Ja, oder nein, gibt es immer noch drei Varianten. Weil einfach mal eines Tages der Sherdan Shaqiri irgendwo gesagt hat, eigentlich würde man mich eben Shaqiri aussprechen. Ja, ja, ja. Und dann die ganze Nation das Gefühl hat, ah, jetzt müssen wir das ändern. Genau. Ja. Stimmt, das war so etwas. Ja, bis heute gibt es da, glaube ich, Sachen, wo wir uns tatsächlich in der Sportredaktion fleissig dann streiten, was jetzt stimmt. Mein Lieblingsvater ist der Daniel Ricciardo. Ja. Aber es ist italienischer Name. Und er selber hat auch mal gesagt, es wäre eigentlich Ricciardo. Et voilà. Aber er ist aus Australien. Und sie sagen Ricciardo. Genau. Das ist ja nachher noch das andere mit der Aussprache. Genau. Und dann hast du auf einmal irgendwie beim Schweizer, sagt dir natürlich jemand, ja, Ricciardo. Weißt du, du sagst so. Ja. Es stimmt ja eigentlich. Ich weiss jetzt auch nicht, ob der Roger Federer als Kind von seinen Gespändlinnen auch Roger genannt wurde. Sicher. Aber es klingt schon besser. Es klingt viel besser. Dazu übrigens mein Liebling im Eishockey hat es den Serge Aubin gegeben. Welcher Spieler? Aubin. Serge Aubin. Ja. A-U-B-I-N. Ja, Aubin. Aber natürlich in der Innerschweiz hat es einmal der eine oder andere Radiomoderator gegeben, der Serge Aubin. Der Serge Aubin? Der Serge Aubin. Der Serge Aubin als Torschütze genannt hat. Und das habe ich auch immer sehr herzlich gefunden. Ja. Ja. Du hast ja deinen Namen geändert sozusagen mit der Hochzeit. Ja, und habe mit dieser riesen Welle ausgelöst, die mir überhaupt nicht bewusst war. Warum? Das haben mir alle gesagt, ob ich eigentlich wahnsinnig bin, meinen Namen jetzt noch zu ändern. Weil du quasi schon eine Marke gab, oder was? Ja, absolut. Und ich habe immer gefunden, also… Aber ich meine, du als Mensch bist ja die Marke, wenn überhaupt. Ja, das habe ich mir jetzt auch erhofft. Und ich bin einfach auch Fabienne in den meisten Sendungen mit allen Leuten per Du und wie jetzt die Nachnahme genau ist. Ja, ja. Aber ja, das ist heute und nachher natürlich das Thema in der heutigen Zeit. Als Feministin ist es dann auch nochmal, macht man doch das auch nicht. Ja, es hat ganz im Fall wirklich sehr viele Menschen gegeben, die umgefragt, und obwohl ich sie nicht kenne, mir ihre Meinung zum Thema gesagt habe. Ah, okay. Und für mich war es einfach nur, es fühlt sich gut an, wenn ich gleich heisse wie mein Mann. Ja. Das war eigentlich alles. Ja, das finde ich auch immer etwas sehr Spannendes, eben ungefragt, wenn einfach die Meinungen gegeben werden. Kennst du ja sicher auch. Ja, logisch. Ich habe schon Kritiken bekommen zu meinem Programm, wo ich irgendwann gesagt habe, ich glaube, du hast einfach etwas anderes erwartet, als das, was ich gemacht habe. Und ich verstehe es, wenn es dir nicht gefallen hat, aber ich werde jetzt nicht für dich ... Wege dir. ... das ganze Programm ändern. Ja, und weisst du, ich sage, wenn es ja dann wenigstens etwas, vielleicht Kleines ist, wo man dann nachher sagt, ah ja, okay, mal eine zweite Meinung oder so. Ja, ja. Oder gerade inhaltlich finde ich immer extrem spannend, so Sachen dann mal zu hören, aber spätestens, wenn es nachher eben noch so um Äußerlichkeiten und so Sachen geht, dann bin ich dann schon auch raus. Ja. Ja. Also das muss ich dann auch sagen. Du erzählst das ganze Programm nachher. Ein guter Kollege von uns hat mir erzählt, er wird immer auf seine Schuhe kommentiert. Ja. So. Und per Zufall bin ich mal mit ihm, mit seiner Mutter und die Kollegin ist dort. Und er so, ah, ich habe dich gesehen, letzte Woche oder so, aber da und da. Schöne Schuhe haben wir schon angefangen. Ja, gut, wenn es immerhin schön ist, ist es ja noch okay. Ja, aber da sind es mal schön. Ja, da sind es mal schön. Aber ja, das denke ich manchmal auch, wenn dann irgendjemand kommt und sagt, ah ja, ich muss dir noch ausrechnen. Ja, meine Mutter schaut immer den Samstag aus, aber sie sagt, ja, die kurzen Haare, das sieht scheisse aus. Lange ist einfach schöner gewesen. Wow. Dann finde ich so, ja, aber ich gehe doch auch nicht einfach zu irgendjemandem und sagen, das sieht scheisse. Das machst du einfach nicht. Ja. Also bei dieser Sitzung dort hast du schon ein bisschen Verschissene. Genau. Ja, aber weil wir so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, tut man sich, ich glaube, manchmal hat man das Gefühl, wir durften einfach alles. Ja, weißt du, ich ertappe mir ja selber, wenn meine Freundin und ich schauen mir irgendwie so zum Beispiel das perfekte Dinner. Ja, das ist eine grossartige Sendung oder Married at First Site Australia, weißt du so. Und natürlich mit der Zeit, du siehst die Leute immer wieder, weißt du? Ja, absolut. Und wir labern dann über diese Leute. Ja, aber dass du dann den Computer aufstartest und der Person ein Mail schickst. Richtig. Meine Frisur scheisse finde ich, ist ja total okay. Also das ist ja... Ist ja für mich überhaupt kein Problem. Darf ja jeder seine Meinung haben. Aber dass diese Person mir das mitteilen muss, ist ja wie so der Punkt. Oder bei dir, wenn jemand das Programm dann halt nicht gut gefunden hat, ja dann musst du nicht mehr kommen. Bleibst du nächstes Mal zu Hause, hast du vielleicht einen anderen Humor, wie du gesagt hast, etwas anders erwartet. Genau. Ist doch völlig okay. Aber du musst dir dann das mitsteigen. Ja, weißt du, es gibt ja dann grosse Unterschiede zwischen... Früher habe ich sehr, sehr viel Feedback hineingeholt bei anderen Menschen aus der Comedy. Und zwar wirklich, weil ich gefunden habe, ich muss das ja alles lernen. Unbedingt. Und ich bin immer noch nicht fertig mit Lehren, ich werde es wahrscheinlich auch nie sein. Absolut. Aber so ein paar grundsätzliche Sachen habe ich für mich schon gelernt. Nämlich so, wie bin ich plus minus irgendwie auf dieser Bühne mich frei am Bewegen und solche Sachen. Und dann merkst du halt mit der Zeit, wenn du dann Feedback hineinholst, dass... Wie will ich sagen... Ich kann es mal vergleichen mit Bildhauen. Mhm. Dass irgendwie... Keine Ahnung, du... Am Anfang lernst du mit welchen Werkzeugen. Dass irgendwie halt... Oh, mit so einem Schliffpapier kannst du es irgendwie noch ein bisschen sanfter machen. Und dann mit dem Pickel kannst du es ein bisschen mehr aussenspitzen. Keine Ahnung was. Als ob ich eine Ahnung hätte vor Bildhauen. Ja, einmal. Ich hätte es dir jetzt abgenommen. Okay. Und irgendwann bist du halt an dem Punkt, wo das Feedback dann ist, äh... Megaschöne Pyramiden, die du da rausgespitzt hast. Oder nicht einmal megaschön. Ich finde die Pyramiden scheisse, weil ich eine Kugel wollte. Und du musst aber zuerst checken, dass das eigentlich das Feedback ist, oder? Ja, genau. Und dass es nicht mehr wirklich etwas damit zu tun hat, wie... Was du da gemacht hast. Ja, absolut. Wie du das Programm aufgebaut hast, oder ob du jetzt als Figur... Ich glaube, das ist dann auch wie so ein anderer Punkt. Weil wenn das Feedback kommt, dann habe ich das Gefühl, ist es auch nicht mehr nur konstruktiv gedacht. Nein, eben. Von der Person, die das Feedback gibt. Ich glaube, das kannst du dann auch mega schnell einordnen. Ja. Inzwischen, oder? Am Anfang musst du das... Am Anfang überhaupt nicht. Am Anfang denkst du, ah shit, ich habe das verschissenste Programm ever gemacht. Genau, genau. Und jetzt merkst du gerade so ein bisschen, ist es etwas, das wirklich mit der Sache zu tun hat. Ja. Weil das finde ich dann auch mega lässig, gerade wenn du von Kolleginnen und Kollegen so etwas bekommst. Mir hat erst mal irgendjemand gesagt, hey du brauchst das Wort mega viel. Ja. Ja. Und dann so, ah ja voll. Ja, ja, ja. Aber hat mir das irgendwie mal jemand gesagt, hey ja, kann ich verwenden. Ja. Aber wie du sagst, wenn es der Kommentar zu der Pyramide ist, von jemandem, der gerne Kugeln hat. Ja. Ja. Dann ist dann halt, gehst du einen Roller. Also... Ja, aber ist ja... Was soll ich damit, ja. Aber ist ja auch schwierig, eben überhaupt sich Kritik auszusetzen. Ja. Wenn man es will. Und vor allem dann eben, wenn man nicht danach gefragt hat. Und man ist ja nicht jeden Tag gleich doof. Das kommt noch dazu, definitiv. Und so weiter und so fort. Also es ist... Das stimmt. Die Leute, habe ich das Gefühl, verstehen zum Teil nicht, was es heisst, effektiv ausgestellt zu sein. Weil eben, man hat dann so eine gewisse Anspruchshaltung. So, ah, Fabian ist da. Also jetzt sage ich das, was ich schon seit fünf Jahren will sagen. Ja, genau. Ich habe gedacht, wenn ich sie mal sehe, ohne daran zu denken, dass du jetzt vielleicht gemütlich am Nachtessen bist. Ja, genau. Und findest, hey, das ist der erste Oben seit drei Wochen. Ja. So ein Einordnen von der Situation. Ja. Weil halt dann alles aus der Ich-Perspektive passiert. Ja. Oder? Das ist das, was ich mir immer irgendwie denke. Und wenn wir jetzt da zurückgehen, vorher hast du irgendwie so gesagt, deine Ziele, Anfang 20 und wo du jetzt effektiv bist, hast du gesagt, nicht einmal etwa die Hälfte. Aber auch das ist ja eine absolute Ich-Perspektive. Ja. Absolut. Weil, wenn jetzt von aussen jemand schaut, sagt man, dass schon mega viel erreicht. Ja. Nein, und das empfinde ich ja auch so. Ja. Also, ich glaube, für das bin ich auch in diesem Alter inzwischen, wo ich sagen kann, dass ich das einordnen kann. Ich bin mega stolz. Das ist etwas, was ich früher nicht gut konnte. Auf mich selber auch vielleicht stolz sein. Oder eben auch mal sagen, hey, das ist jetzt wie vielleicht auch Sachen abschliessen und einfach mal dann so stehen. Ja, ja. Das habe ich auch lernen. Aber natürlich, ja, wie du sagst, ist das das, was dann so etwas von aussen kommt. Und das, was man irgendwie selber eben sich irgendwie wieder vornimmt, das ist schon auch ein Charakterzug. Immer wieder. Ah, dann könnte ich jetzt noch das. Oder ich würde im Leben gerne mal noch das. Oder ich bin schon so jemand, der immer ein bisschen den Antrieb haben muss. Ja. Ich kann schlecht einfach mal etwas passieren lassen. Ja. Und wie zeigt sich das dann? Das ist dann wie eben neue Ziele zu setzen? Oder ist das dann eher ein Gespür? Ich weiss nicht, wie man es beschreibt. Und vielleicht war es jetzt tatsächlich auch einfach die letzten Jahre noch, dass es dann wirklich auch noch passiert ist. Also weisst du, dass du irgendwann sagst, hey, mal zum SRF noch zu wechseln. Ja, das wäre vielleicht mal noch etwas. Aber es war nicht ein konkretes Ziel. Ja. Dann passiert es. Ja. Dann, hey, mega happy. Ich habe eine hammergeile Sendung. Ich liebe den Samstag. Es hat sich alles so gefügt. Okay, ja, aber eigentlich wollte ich immer im Sport arbeiten. Nachher passiert es. Nicht mal, dass du es immer forcierst oder so. Sondern es hat sich auch einfach jetzt so ergeben, dass ich glaube, es wäre in Zukunft auch einfach mal gesund ein bisschen einen Gang abzuschalten und mal ein bisschen zurückzulernen. Und nicht immer so ein bisschen den Drang zu haben, schon wieder, ja, was ist noch alles da? Was könnte ich noch? Was verpasse ich vielleicht? Ja. Und das ist jetzt nur auf das Berufliche bezogen. Mhm. Und das hast du dann vielleicht auch im Privaten. Irgendwie spüre ich das schon manchmal auch ein bisschen. Und ich würde mir jetzt wünschen, dass man so die nächsten fünf Jahre noch ein bisschen mehr das einkehrt von, ja, jetzt geniesse es auch einfach mal ein bisschen und schalte mal in Gang ab. Kannst du das zu wenig? Ja, ich glaube schon. Geniessen? Ja. Weil du eben so treiben bist von, es muss weitergehen, es muss das passieren. Oder ich kann es dann nur so ein bisschen komprimiert. Aha. Dann habe ich irgendwie drei extrem strenge Wochen und ich liebe das, wenn einfach so Vollgas, Vollgas, Vollgas. Und dann kann ich jetzt vielleicht schon zwei, drei Tage geniessen. Aber nach drei Tagen finde ich dann schon, ja, aber jetzt muss wieder schon ein bisschen das... Hobbys? Ja, auch ein bisschen Pusti, ja. Ja, gell, wenn du irgendwie, wenn du es so gerne machst, dass in einem Verlangen nach einem Hobby gar nicht so rum ist. Also natürlich mache ich gerne... Ich kenne es, ja. Genau. Natürlich mache ich gerne Sport und bin gerne draussen und so. Und das mache ich dann schon auch, aber ich habe jetzt wie nicht das Bedürfnis oder ich habe Kolleginnen, die einen Job haben, wo sie es kaum erwarten können, am Abend noch das Hobby zu machen. Ja, ja. Und das finde ich halt gar nicht, oder? Nein, aber das ist das, was ich für mich immer gemerkt habe. So, wenn effektiv deine Passion zum Beruf werden kann, ist es immer noch deine Passion und es ist der beste Beruf auf Erde, den du kannst haben. Ja. Aber irgendwann ist es nicht mehr der ganze Lebensinhalt, oder? Ja. Sondern du merkst, es muss ja irgendwie auch noch ein Leben darum herumgehen, trotz allem. Und zwar, weil einfach... Ja, sonst wäre es schade. Genau. Ja, voll. Und es ist mega toll, aber es ist ja gleich nur ein Bereich vom Leben, oder? Absolut. Und irgendwie merke ich dann auch, wie irgendwie eben noch andere... Es sind ja vielleicht nicht Passionen, aber andere Interessen. wenn man ganz ein bisschen zurücklässt. Ja, oder sogar Menschen. Bei mir sind es dann sogar, glaube ich, sogar Menschen, nicht mal so Hobbys oder... Das ist ja auch ein Interesse. Genau, sondern dass du manchmal wieder denkst, ja, aber hey, eigentlich, das genieße ich ja dann mega fest, eben Zeit mit dem Bruder und den Nichten oder so zu haben. Ja. Aber das bleibt dann meist auch ein bisschen auf der Strecke, ja. Kannst du dann gut separieren? Kannst du gut sagen, okay, jetzt schaffe ich und jetzt schaffe ich effektiv nicht? Ja. Das kannst du? Ja, das kann ich. Weil das kann ich zum Beispiel nicht so gut. Ah, du bist dann... Dann vermisst sich's... Ja, ja, also es geht besser, aber ich muss dafür wirklich einfach... Ich muss das Handy irgendwie in die Ecke schmeissen und... Ja, doch, das kann ich gut, aber wahrscheinlich auch, weil ich es mir wirklich aufzwungen habe. Aber bei uns ist wirklich auch daheim, wenn mein Mann und ich daheim kommen, dann werden die Handy in der Küche auf die Ladestation dort in die Ecke gelegt und daher ist kein Handy. Wenn wir zusammen zu Nacht essen, dann will ich es nicht neben drauf am Tisch haben, dann zusammen nachher einen Film schaust, dann auf dem Balkon hockst, das Glas Wein trinkst, dann muss es einfach weg sein. Ja. Und das finde ich, das hast du einfach mal so angefangen und jetzt ist es einfach so einfach klar. Also angefangen mit, hey, ab jetzt machen wir das... Okay. Und plötzlich merkst du, ah, jetzt können wir uns eigentlich gar nicht mehr anders vorstellen. Ja. Aber eben lustigerweise, wie dann zum Teil mir Leute Sprachnachrichten oder so schicken, hey, ich habe dich den ganzen Abend nicht erreicht, kannst du mir bitte morgen zurückliegen, kannst du dich melden? Das ist jetzt ganz hart, oder? Ja. Ja. What? Also, geht's noch? Ja? Ich habe den ganz oben nicht erreicht. Das ist freund geil, weisst du? Nicht den ganzen Tag, den ganz oben. Ja, irgendwie, ja. Oder dann ein WhatsApp und drei Stunden später so, äh, was ist los? Oder so. Ja, ich kann einfach mein Handy mal weg, lass mich sein. Ja. Das ist lustig. Weil eben auch mit dem, ja, dort auch wieder so eine Erwartungshaltung ist, von wegen, man muss ja immer erreichbar sein, oder? Voll. Und, äh, ich, ich merke zum Beispiel, wie, wie ich mich extrem beruhigt bin, wenn ich so, letzte Woche habe ich gewusst, ich komme sicher nicht zu Mails, also habe ich Autoresponder reingemacht, oder? Ja. Und da habe ich mich super beruhigt gesehen, ich so, ah, geil, ich habe den Autoresponder drin, so. Das Problem ist dann, die Woche drauf, ist dann so, ah, jetzt muss ich doch ganz. Jetzt macht's nicht besser, ja. Eben, und irgendwie, so, so. Das muss ich sagen, das nervt mich richtig, das mit der Erreichbarkeit. Ey, wirklich das mit den Mails, ich schreibe im Fall wirklich manchmal mega unfreundlich zurück, weil, das habe ich, also ich kann es jetzt mal wirklich konkret an einem Beispiel beschreiben, gerade wenn so Anfragen dann zum Teil für Moderation oder so kommen, dann sind die Leute super knapp dran, zeitlich. Ja. Schreiben irgendwie, ah, wir haben das, wir hätten sie gerne als Moderatorin, geben sie uns bitte bis dann und dann Bescheid. Das ist meistens irgendwie drei oder vier Tage später. Aha. Also, meine Realität, mein Job ist manchmal, ich gehe auf einen Samstag als Staffelbruch, die Produktion. Das heisst, ich rücke am Montag ein, dann hast du irgendwie, wird alles aufgebaut gemacht und da, du hast die erste Stellprobe, du hast nach einem Dienstag die ersten beiden Sendungen, bist von morgen um 9 bis abends um 10 auf dem Set und das nach drei Tagen hintereinander. Und dann wird das nicht am Samstag gedreht? Nein, es ist ja nicht live, Joel. Okay. Was ich sagen will, ist, du bist vier oder fünf Tage einfach irgendwo halt absorbiert. Das Gleiche ist bei einer SRF bei den Leuten Live-Sendungen, wo du einfach auf einem Platz irgendwo am hintersten Ecke der Schweiz bist. Ja. Und dann wird die Leute tatsächlich nach zwei Tagen geschrieben, wir haben noch nichts von Ihnen gehört, können Sie sich bitte melden. Ja. Und ich eben dann eine Woche später die Mails anschaue und denke, ja, aber ist das in der heutigen Zeit dann wirklich so, dass ich innerhalb von 24 Stunden auf ein Mail antworten muss? Das nervt mich richtig. Das verstand ich. Das ist ein von den ganz wenigen Punkten, wo ich sage, es ist 50% von meinem, äh, nicht 50% von meinem Erfolg, aber 50% von den Aufträgen, die ich habe, die eben im privaten Sektor sind, ist, weil ich so unglaublich schnell zurückschritte. Krass. Krass. Aber, eben, es ist Teil von meinem, es ist Teil von meinem Job. Ja. Und ich habe es mir selber, ich habe es mir selber uferlegt. Ich habe gesagt, wenn, es ist eben selten, dass sie nur mich anfragen. Ja, natürlich. Weisst? Etc, etc. Und es ist einfach, ein von den letzten, die ich jetzt gerade bekommen habe, wegen der Weihnachtsessen, ist genau so abgelaufen. Mit einfach so, hey, ich habe mal fragen, und am gleichen Tag ein Standort kam. Und dann heisst es am nächsten Tag, okay, ich muss es noch mit dem Chef besprechen. Und nochmal eine Stunde später, der Chef war gerade herum, super geil, wir machen es. Ja. Und dann hast du innerhalb von, wirklich nicht einmal 24 Stunden, die ganze Abwicklung gemacht. Echt? Gut, dann muss ich dir ehrlich sagen, das wäre für mich dann okay, wenn dann das Mail drei Tage später ist, leider haben wir uns für jemand anderes entschieden, dann ist ja für mich auch okay. Dann kann ich sagen, ah ja, typ top, ist doch gut. Aber wenn es drei Tage später ist, äh ja, wir würden sie wirklich gerne buchen, können Sie bitte, bis heute Abend sich noch mal, dann finde ich wie so, ja, aber hey, du willst irgendwie auch etwas von mir und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass mein Job jetzt nicht beinhaltet, dass ich einfach jeden Tag, nur zwei Stunden irgendwo am Laptop mal bin. Aber für das hast du kein Management? Bis jetzt habe ich mich irgendwie von dem ferngehalten, weil ich eben nachher, wenn es wirklich so eine konkrete Zusammenarbeit kommt, einfach super gerne von Anfang an selber mit den Leuten in Kontakt bin. Ja. Aber vielleicht muss ich mir das mal überlegen. Ja, weil, weißt du, weißt du, das ist bei mir so gesehen, darum kann ich das jetzt machen, weil ich weiss, eben auch wenn ein Autoresponder drin ist, ich tue sporadisch nicht mehr zu checken. Ja. Nicht so oft wie sonst, aber ich schaue einfach ab und zu, was ist, was ist rein gekommen und eben, wenn es eine effektive Anfrage von extern ist. Dann kannst du es gerade bearbeiten. Dann wird es trotzdem ziemlich schnell erledigt, so. Und wenn ich jetzt aber weiss, ich hatte immer so etwas wie letzte Woche, immer wieder, oder? Dann hätte ich für das wahrscheinlich schon jemand, der zumindest das irgendwie aussortiert, zäubert oder was auch immer. Ja, genau. Also weisst du. Genau. Achtung, Priorität eins. Das, dann das, dann das, dann das, dann das. Ja, definitiv. Weil ich hatte zum Beispiel, als ich noch ein Management hatte, dort ist dann eben eher das Problem gewesen von der Erreichbarkeit. Ich bin zum Beispiel in der Lage gewesen. Bin ich wochenlang in der Lage, oder? Und habe gesagt, hey, ich bin in der Lage. Ich bin eigentlich nicht erreichbar. So. Und sie bearbeiten halt Anfragen. Und irgendwann musste ich ihnen sagen, aber ich bin im Fall auch für euch nicht immer erreichbar. Weil dann hat es keinen Unterschied gemacht. Dann kannst du es auch selber machen. Genau. Ja. Das ist auch ein bisschen mein Gedanke. Die Dramatik wegen dem und dem wir jetzt dringend suchen. Genau. Hilft mir nicht in der Erarbeitung von meinem Programm. Blablabla, oder? Ja. Und das ist bei Divertimento in der Doku, ist das einmal mega schön zu sehen. Ah, okay. Wo sie in das Häuschen gehen und schreiben. Ja. Und dort dann irgendwann machen sie auch so eine Krisensitzung mit dem Management. Und sagen, dass es jetzt klar ist, wir müssen jetzt hier wirklich einfach mal schnell in Ruhe arbeiten. Ja, wir sind jetzt einfach weg. Ja. Und wir können nicht jeden Tag noch zwei Stunden Interviews und das und das und das. Ja. Weil die Hirne kann sich ja dann gar nicht richtig auf das einstellen. Ja. Ich glaube, das ist es auch bei mir, dass auf zu vielen Hochzeiten dann manchmal auch tanzen, oder? Ja, ja. Wo du dann immer völlig andere Dinge bist. Und ja, dass dann halt dazukommt. Und wie du sagst, mit dem Management ist dann die Frage, ob das nachher hilft. Weil du musst dann auch wieder, oder du musst dann einfach konkret nachher einen Tag oder einen Zeitraum finden, wo du alles abarbeiten kannst. Und dann könntest du aber rein theoretisch in diesem Zeitraum es auch einfach dann selber machen. Aber siehst du, da kommen eben die ähnlichen Denkweisen von Control Freak. Das ist für mich die Definition von Control Freak. Ja, voll. Ja, okay, gut. Dann sitzen wir im gleichen Boot. Ja. Weil eben, es ist ja dann genau das. Das ist das Foto mit dem Masse. Absolut. Okay, was kann ich machen, wenn? Genau. Okay, soll das wirklich jemand anderes? Wieso? Genau. Ja. Etc, etc. Definitiv. Und ja, und so der Kontakt, den ich einfach schon gerne zu den Leuten einfach selber habe. Ja. Dann weisst du gerade, wie es ist. Ja. Ja, ja, die Wege sind viel schneller. Also ich bin grosser Fan von selber machen, wenn man die Kapazität hat. Et voilà. Aber eben dort bilde ich mir zumindest ein bisschen, wir sind jetzt so ein bisschen in das Anfragen-Thema abgerutscht. Aber es kann ja auch um irgendetwas anderes gehen. Aber dass dann das mit der Erreichbarkeit das einfach etwas ist. Aber eben dort ist es mir dann wirklich egal. Ich sage, ich bin extern, die haben keine Ahnung von meinem Leben, die haben keine Ahnung was abgeht. Und eben, ich habe mir dort zum Ziel gesetzt, ich tue möglichst schnell Antworten. Ja, mega gut. Und ja, es macht wahnsinnig viel aus. Bei allem anderen, wenn irgendwie eben jemand, keine Ahnung, in einer Woche ist eine Comedy-Show und fünf Tage fort können wir noch ein Promo-Video haben von dir. Ja. Meistens habe ich eh schon eins aufgenommen und irgendwann mal geschickt, aber sie haben es irgendwie nicht gesehen oder was auch immer. Dann ist es halt so, sorry. Genau. Absolut. Aber es gibt so, es gibt für mich so wie zwei Bereiche, oder? Ja, das stimmt. Nein, natürlich, du, wo ja dann, sage ich jetzt, hauptsächlich sogar von diesen Sachen ja dann lebst, ist es ja auch nochmal ganz anders. Darum sage ich ja, es ist Teil… Wie musst du es genau einteilen. Es ist Teil von meinem Job. Absolut. Es ist Teil von meinem Job. Ich mache nicht aktiv Akquise. Ja, genau. Dass ich irgendwie Firmen anschreibe, aber wenn eine Firma mir schreibt, dann bin ich… Dann weisst, hey ja… Dann bin ich schnell da. Ja. So gut. Und dann bin ich eine halbe Stunde, nachdem sie das Mail geschrieben haben, bin ich bei ihnen vor der Türe. Hallo. Und sage so, hallo, sie haben vorher geschrieben. Also, es sieht so aus. Ja, ich habe gedacht, das ist so wichtig, dass ich es schnell verriebe. Wir sind voll in einem Berufspodcast, jetzt gerade so wirklich. Ach. Jetzt sind wir richtig… Es geht ja in alle Richtungen. Wir sind richtig in die Tiefe von unseren Jobs. Und wir haben recht viele Gemeinsamkeiten, obwohl ich denke, unser Job ist mega unterschiedlich. Ich sehe ja sowieso immer extrem viele Gemeinsamkeiten, weil ich so oft an Comedy denke, kann ich irgendwie alles auf das beziehen. Ich kann irgendwie alles auf das runterbrechen. Und ich sehe immer irgendwie Gemeinsamkeiten vergleichen. Und Glück oder Problem von mir ist, dass ich schon ziemlich alles gemacht habe. Also wirklich. Ja, das stimmt. Ich habe wirklich drei Karrieren gehabt, bevor ich Comedy gemacht habe. Das stimmt. Du bist dann auch gerade überall drinnen. Ja. Also ja, du weisst gerade… Aber eben mich interessiert zum Teil auch viel mehr, was dahinter ist. Ja. Wie eben Motivation. Das klingt so allgemein, weisst. Aber ich meine, das heisst nicht umsonst Feel Good Podcast. Ich sage immer, das bedeutet nichts so im Sinn. Aber es ist natürlich schon so, das habe ich auch gemerkt, als wir uns effektiv kennengelernt haben. Du bist ein Mensch, der sofort positive Energie wirklich nicht nur ausstrahlt, sondern auch gerade überträgt. Aha. Also… Das ist schön. Das ist ein mega schönes Kompliment. Aber ich glaube das wirklich, weil ich habe das auch bei mir gemerkt. Es ist dann wirklich so, du tust wie andere Leute anstecken mit dem. Okay. Gut. Ja, aber eben, das ist dann so etwas, wo ich dann oft frage, wie bewusst ist das? Hat sich das so entwickelt? Ist das immer schon so gesehen? Weisst du das überhaupt? Ja, das ist mal eine gute Frage. Ich glaube, das war wirklich immer schon so. Ja. Ja, ich glaube schon. Ähm, aber vielleicht ist es auch, vielleicht geht es sogar auch wieder in die Richtung, innen von dem ein bisschen Treiben sein, dass das einfach etwas ist, das auch immer rum ist und wirklich zu mir gehört. Ja. Und das andere, die dann aber so, dass sie manchmal das bewusst auch mal innehalten und sagen, wow nein, heute ist alles scheisse, heute geht es mir schlecht, ich fühle mich gar nicht, ist dann völlig komprimiert bei mir. Ja, ja. Also das gibt es ja logischerweise auch bei mir. Ja, ja. Immer oder immer wieder. Ja, ja. Aber dann ist es wie so komprimiert. Dann ist es so wirklich eine Stunde, zwei. Boah, ihr seid alle scheisse, es ist alles, dürfen wir in deinem Podcast fluchen. Sehr gerne. Ja. Und wow, oh mein Gott. Und ich will jetzt einfach nur schnell nach Hause, schon aufs Sofa, ich brüle mich einmal aus und dann ist es aber schon wieder erledigt. Ja. Ich glaube, das ist so, wo andere Leute dann so in dem vielleicht sich dann saulen und so wirklich auch so die, ja, die Downs dann richtig aus irgendwie leben. Ja. Das kenne ich irgendwie nicht so. Ich bin dann einfach viel schneller wieder, ich habe einfach immer ein sehr positives Mindset. Ja. Und der glaube ich, der ist schon immer rum gewesen. Also den habe ich mir nicht angetrainiert, den spiele ich zum Glück nicht. Ja. Der ist einfach da. Ja. So, ja irgendwie, ja, das Leben ist irgendwie einfach zu schön, um dann zu lange bei diesen traurigen Sachen hängen zu bleiben. Und wenn du sagst, komprimiert, ist das bewusst ein Entscheid? Ja, vielleicht schon. Ich spüre so, hey, jetzt ist es da oder es holt mich ein bisschen ein, es kommt so ein bisschen in eine Welle und dann lasse ich sie aber so voll über mir. Dann lässt du es aber auch gerade zu. Das ist eigentlich, statt so ein bisschen wegzuducken. Ja, genau. Dass es immer so ein bisschen rumlungert und immer mehr wird. Ja, nein, wenn es kommt, dann ist es so, also wäre es blöd. Aber ich glaube, es kommt dann auch mehr dann, wenn ich auch Zeit dafür habe. Ah, logisch. Weisst du, mich fragen oft Leute, wenn du eine zweistündige Live-Sendung hast und wenn es dir dann schlecht gehen würde, wie machst du denn das? Ja, nein, dann bin ich so im Flow und ich bin so drin und ich freue mich so darauf, dass ich das gar nicht habe. Ja. Und wenn ich dann aber vielleicht eben noch genau mal zwei, drei Tage auch frei habe, mich auch mehr vielleicht wieder auch mit mir beschäftigen, mit der Familie oder so und es kommt dann vielleicht auch eben wieder mal so eine Welle von Traurigkeit, von es geht mir schlecht oder das beschäftigt mich, das beschäftigt mich. Ja, ich finde es spannend, dass eben im Performance-Modus sehr viel ausgeblendet wird, einerseits vom Kopf, aber auch vom Körper. Also es schafft ja eh zusammen. Voll. Aber das ist wie wenn Leute fragen, wie hast du mit 40 Grad Theater spielen können. Das ist wie dann einfach. Das ist nicht gesund und man schätzt nicht, aber man macht es halt irgendwie und das geht. Und das gleiche merke ich jetzt zum Beispiel mit dem Heuschnuppen. Da kann ich, ich habe wahnsinnig feste Heuschnuppen. Ja. Und dann kann man, gerade vor ein paar Tagen ist dann jemand gekommen und sagen, wie machen sie das dann? Wie machen sie das denn bei Auftritt? Dann ist soweit. Und ich sage, egal wie lange der Auftritt ist, die Nase läuft kein einziges Mal. Das Auge bisst kein einziges Mal. Ich muss nicht schnitzen. Ja, das stimmt. Das habe ich genau auch so. Und das ist wirklich einfach, weil einfach klar ist, man trimmt sich jetzt auf denen. Und das Gleiche ist auch mit der grundsätzlichen Gedanken, Traurigkeit. Das ist ja oft das, was die Leute zu Recht nicht verstehen können, wie sie es selber nicht erlebt haben. Wenn sie sagen, aber eben wenn du einen schlechten Tag hast und dann nachher musst du auf die Bühne. Die Bühne sind meine Ferien. Ja, da bist du wie in einem anderen Modus. Aber das ist ja vielleicht auch ähnlich. Ich weiss doch auch nicht. Beim Herzchirurg ist es dann halt das fokussiert sein. Ja. Aber der macht das dann auch egal, ob er jetzt gerade privat gut, schlecht übt oder voll ausgeschlafen. Es ist einfach dann dort in dem Zeitfenster, darf das wie einfach keinen Platz haben. Ja. Ja, es darf nicht und darum kann es irgendwie auch nicht. Genau. Und dann, ja, das kenne ich auch voll. Ja. Okay. Und dann, dann lässt du es zu und dann ist es aber auch wieder gut. Und dann ist es sehr schnell, glaube ich, wieder gut. Weil ich dann aber wirklich richtig eintauche und wirklich auch analysiere, warum bin ich traurig? Was ist nicht gut? Kann ich etwas ändern? Ja. Was muss ich vielleicht ändern oder an was liegt es? Und darum, glaube ich, bin ich dann auch viel schneller wieder am Punkt, wo ich sage, okay, ja, gut, probiere ich das und jetzt geht es weiter. Und sind es denn so ganz kleine Änderungen? Sind es denn so? Nein, das kann im Fall manchmal auch wirklich gross sein. Ja. Wenn ich vielleicht wirklich empfinde, hey nein, das, ja, ja. Krass. Ja. Und das kannst du dir behalten? Ja. Wow. Ja, ich glaube schon. Wenn ich wirklich merke, das braucht es jetzt. Ja. Der Schritt braucht es jetzt, sonst tut es dir nicht gut. Ja. Ja. Okay. Was war ein, du kannst es auch allgemein behalten, aber was war ein von so grossen Schritten, die du gefunden hast? Ich glaube, es sind gerade so zwei Sachen, die wir ins Sinn kommen. Das Erste, was ich jetzt wirklich so gesagt habe, was jetzt wirklich mir dann sehr persönlich ist, ist so das Mami, die wirklich schon lange krank ist, wo du halt viele Sorgen dir um sie machst, wo du inzwischen palliativ pflegst und ich immer eben so ein positiver Mensch bin. Ja. Am Leben festzuhalten, komm und sie noch unterstützen und machen und du. Und dann ist der Punkt gekommen, wo du dich damit abfinden musst, dass es jetzt zu Ende geht. Und dort habe ich bewusst irgendwann in so einer Down-Phase entscheiden, dass ich jetzt den Wechsel machen muss zu, ich lasse sie gerne gehen lassen, weil sonst funktioniert das nicht. Ja. Ja. Und den habe ich mir bewusst einfach so ein wenig herbeiführen, weil jetzt, wo es wirklich kurz davor ist, kann ich nicht mehr weiterhin einfach ziehen, 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 positiv und so, wie ich sonst im Leben bin, sondern jetzt muss ich auch ihr zu lieb in den Modus wechseln von es ist jetzt okay, wie es ist. Ja. Und es ist okay, wenn du jetzt nicht mehr machst und sagst, ich gehe jetzt. Und das ist so ein Bewusste, den habe ich müssen machen, sonst würde ich das fertig machen. Ja. Ein neues Beispiel ist vielleicht dann so Freundschaft oder so, wo ich auch die bin, die zieht und macht und ich gebe alles rein und positiv und irgendwann der Punkt kommt, wo du merkst, sagst, nein, das geht nicht auf. Und dann lag an. Ja. Ja, das ist in beiden Fällen sehr verständlich, weil ich sage jetzt mal die Berücksichtigung eben auch noch von anderen Menschen, wie jetzt in dem Fall, was du gerade erzählt hast, von deiner Mutter, wo du sagst, eben auch ihr zu lieb. Voll. Ist ja dann eben auch so, dass es raus zu tun. Ja, weil sonst ist es so eine Ego-Sache, oder? Ja. Ja, natürlich will jeder, dass sein Mami lange lebt und sehr gut geht und sie fit ist, aber irgendwann geht es nicht mehr um mein Ego. Also ich will einfach, dass sie noch da ist, sondern, was ist mit ihr, wie fühlt sie, oder wie schwierig mache ich es ihr noch als Tochter, wenn sie schon lange findet, boah, ich mag eigentlich nicht mehr, ich habe sie jetzt gesehen, aber die Tochter sendet noch die ganze Zeit ein Signal von, oh, komm und so, oder? Dass es nicht immer nur um einen selber dann geht. Ja. Aber zum Beispiel noch beim Freundschaftsbeispiel, eben genau umgekehrt es eigentlich um einen selber geht und man dann vielleicht manchmal muss egoistisch sein und sagen, das geht so für mich nicht auf. Das ist eben das, was ich schon sehr oft gemerkt habe, wo ich dann auch bewusst irgendwann habe, mir sage, also ja, die Lustige ist, du musst es ja dann gar nicht sagen, weil du bist ja eh die Person, Genau, und dann merkst du plötzlich so, aha, wenn ich nicht die ganze Zeit da würde. Ja, wenn ich jetzt wirklich nicht den Effort mache. Dann wäre es wahrscheinlich schon lange, ja. Dann, dann, ah, dann hätte man auf einmal drei Jahre nichts mehr gehört. Ja. Ja, und dann ist plötzlich so eigentlich ein Aha-Moment. Aber ein Kollege von mir hat etwas erlebt, das habe ich richtig krass gefunden. Also ein Kollege von mir ist schon übertrieben, aber ich kenne ihn auf jeden Fall. ähm, und der hat irgendwann, aus dem Nichts hat er ein Telefon gekriegt, von etwa so einem bekannten Kollegen, was immer, der gesagt hat, hey, ähm, ich bin so ein bisschen am Aufräumen in meinem Leben und ähm, ich habe irgendwie gemerkt, irgendwie so, ich kann es nicht mehr genau auch wieder gerne natürlich, aber irgendwie so. Aber er hat ihm nicht gesagt, du gehörst noch zu den Top 5, die ich gerne weiterhin sehe, sondern er hat ihm geknallt. Ja. Okay. Spannend, ja. Ja, ich glaube, wir lassen das jetzt so. So. Und, und die Person, die ich kenne, hat das, hat das mega geschätzt, hat das voll geil Ich wollte gerade sagen, ich finde es jetzt im Fall aber eigentlich mega geil. Ja. Weil das ist ehrlich und dann ist es nicht so. Ich meine, wir kennen das alle. Du siehst, irgendwo im Coop triffst du, ach ja, wir haben doch schon lange mal gesagt, ja, komm, schickst du mal ein Datum, ja, gehen wir auf den Kaffee und du läufst weg und du weisst genau, ja, wahrscheinlich eher nicht. Das ist so geil. Ich habe kürzlich einen alten Schulkollegen getroffen und ich habe mich so gefreut. Und es war wirklich eine ganz absurde Situation gewesen, weil es ist so Kinderchor, fast von meinem Götti-Meitli und irgendwie, ich bin sehr knapp gekommen und die Eltern von ihr jetzt sind irgendeiner gesessen, das heisst, ich habe nicht mehr da hin können. Da habe ich mir wirklich kurz überlegt, ob ich jetzt einfach wieder gegangen. Weisst du, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht auf den Leih so in der Aula irgendwie. So. Und danach sehe ich ihn und wir haben es beide so, ich glaube, so eine ähnliche Situation. Und dann haben wir irgendwie zusammen, haben wir das geschaut und so. Und wirklich, es ist Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, vielleicht schreibe ich das mal. Weisst du, vielleicht kann man ja mal etwas machen oder so. Dann bin ich so auf Instagram. Im Whatsapp bin ich so zu suchen und dachte, hast du überhaupt noch die Nummer? Und dann sehe ich so, es ist irgendwie vor zehn Jahren mal meine Show schauen, hat man ja auch da gesagt, weisst du? Ja. Und hat irgendwie geschrieben, hey, danke vielmals für die Einladung. Ja. Kann ich mich mal mit einem Lunch revanchieren? Ach du hast ihn nicht. Und ich habe noch geschrieben. Ach du hast ihn nicht. Und ich habe noch geschrieben. Ja klar, wenn wir wollen. Und das ist die letzte. Das ist die letzte. Das ist die letzte Unterhaltung gewesen. Ja. Und dann habe ich so gedacht, ah, auch da. Aber dann ist mir auf einmal wieder eingefallen, wie ich bei jemand anderem mal gesagt habe, ja, ja, ab Dezember wird es besser. Ich melde mich dann. Ja, aber das ist, ich meine, gerade mit unserem Job, das finde ich immer noch, ja, es ist halt manchmal auch wirklich einfach so, dass es so diese Phase gibt, wo es einfach wirklich mega schwierig ist. Und gleich, die Leute, die mein inner inner circle sind, die sehe ich auch dann. Ja. Und darum gibt es halt am Schluss schon so ein bisschen, ja, also bei mir ist es zumindest so, so ein bisschen eine Aufteilung von Leuten, wo ich sage, hey, wenn wir es wieder mal schaffen, mega cool. Ja. Aber ich tue mich sicher nicht, oder ich tue es nicht forcieren. Ja, ich habe gemerkt, dass das, auch das ist eine aktive Arbeit, dass halt zum Beispiel, weil ich dann gar nicht so oft in Basel bin, oder na, na, na. Dass ich dann auch Menschen, die ich zum inner circle würde jetzt dazu bezeichnen würde, und sage, das sind wirklich gute Freunde, Freundinnen, dass ich dann, äh, auch Familien zum Teil, weißt du, dass ich dann muss sagen, auch wenn ich siebenmal nein gesagt habe, weil ich nicht habe können, weil ich keine Zeit gehabt habe, weil ich nicht rumgesehen bin, fragt auch achtmal. Ja, unbedingt, ja. Irgendwann klappt es. Ja. Aber das habe ich auch von mir aus merken müssen, aktiv muss ich das den Leuten kommunizieren. Weil sonst ist es so... Stimmt, das mache ich dann vielleicht noch etwas zu wenig, weil man es fast voraussetzt, dass die wissen, ja, wie mein Job ist oder so. Aber ja, auch dort, man ist so fest mit sich selber beschäftigt. Und sie sind natürlich auch so, äh, jetzt habe ich Fabian gefragt für den nächsten Samstag, oh, jetzt habe ich sie gefragt für spontan morgen, jetzt habe ich sie gefragt für den und den. Und sie sagt immer nein, jetzt beim vierten Mal, ja, ich glaube nicht, dass ich sie fragen muss. Weisst du? Ja, das stimmt. Und das ist so das, wo ich gemerkt habe, ich muss das auch aktiv, eben auch in der Familie, dass ich dann ihnen sage, hallo. Ja. Mega geil sind ihr bei mir vorbeigelaufen und habt angerufen, ich bin nicht rumgesehen. Ja. Aber das nächste Mal wieder. Ja, wenn ihr wieder vorbeilaufen, ruft wieder an. Ja. Und wahrscheinlich bin ich wieder nicht rum, aber irgendwann. Aber vielleicht beim zehnten Mal. Ja. Ja, voll. Und dann hast du das Gegenteil, so die, wo, wo ich zum Beispiel so zwei, drei habe, wo wirklich voll forciert und dir die ganze Zeit schreibt, eben, kömer, kömer, das, das und das. Und ich dann manchmal aber auch denke, ja, aber schau, ähm, ich sehe meine engsten Leute wirklich so wenig. Ich sehe irgendwie fast Mami, Papi, Brüder zwischendurch wieder mal zwei, drei Wochen nicht. Ja. Wie denkst du, dass ich jetzt dann würde sagen, ah ja, für dich habe ich natürlich locker mal ein ganzes Wochenende Zeit. Also weisst du, manchmal erwarte ich dann schon ein wenig, dass die Leute so eine gewisse Selbsteinschätzung haben. Aber das ist dann vielleicht manchmal ein wenig gemein. Weisst du, dass irgendwie so... Ich glaube, manchmal ist es wirklich auch einfach ein fehlendes Gespür. Ja. Für Mensch und Situation. Ja. So irgendjemand, den du irgendwann mal beruflich irgendwo getroffen hast. Und dann schreibt, ja, schau, ich hätte dann, dann und dann Zeit, gehen wir zu Nacht essen. Und ich denke, hey, ich würde seit einem Monat gerne mal mit meinem Mann zu Nacht essen. Ja. Wie kommst du darauf, dass ich jetzt mit dir, wo ich immer beruflich mal zu tun habe, dann weisst du, so dass... Ich merke, dass das ein von den grössten Punkten ist bei mir mit dem, ähm, ich will immer irgendwie, dass alles gut haben. Genau, allen gerecht werden. Genau. Wo ich gemerkt habe, das ist ein von den Punkten, wo ich jetzt seit ein paar Jahren aktiv dran bin, so Nein zu sagen quasi. Ja. Dem bin ich sehr schlecht. Aber das kommt mit der Zeit. Und es ist eben, es ist befreiend, weil es ist auch dort, wie du sagst, wie du es eigentlich sonst komprimierst, äh, tust du es eigentlich auch dort komprimieren. Weil du, du machst es einmal mit ein bisschen Ehrlichkeit und es geht auch nicht, weisst du, wo du sagst, hey, Luke, es ist, es ist so. Ja. Ja. Ich habe jetzt seit vier Wochen nie mit meinem Mann zu Nacht essen. Und ich freue mich mega fest auf den Tag, wo ich das machen kann. Und darum, ich kann jetzt momentan nichts Neues abmachen. Irgendwann wird es sich vielleicht ändern. Irgendwie sowas. Ich weiss noch gar nicht. Das nehme ich heute aus dem Podcast mit. Ja, wirklich. Weil eben, du sagst, so wie du es jetzt mir gesagt hast, ist es ja auch nicht, es ist nicht böse. Nein, nein, eigentlich nicht. Es ist völlig verständlich. Ja, genau. Aber es ist das, wie das Telefon bei deinem Kollegen. Ja. Dass man es einfach einmal ehrlich sagt. Ja, ja, ja. Das hält mir dann manchmal schwer. Mir auch. Bei Leuten, die es so forzieren. Eben das andere, die vorgesehen haben, in diese Richtung. Ja, dann lassen wir es dann halt so ein bisschen schleifen und dann tröpfelt das sowieso so aus. Ja. Ja, versteht man das vielleicht nicht oder so. Aber das ist die einzige richtige Lösung wirklich, zu sagen, hey, schau, so und so sieht es aus. Ja, ich habe zum Beispiel, also vor Ort, als ich gesagt habe, wenn man es dann ausfadet und auf einmal hört man ja nichts mehr. Okay, dort weiss ich noch, dass ich auch sehr aktiv noch eine Message gegeben habe, so von Fragen, ich würde jetzt eigentlich so etwas in der Richtung erwarten. Und dann eben spielst du auch den Ball über. Ja. Dann kannst du sagen, okay. Ja. Und für mich ist dann auch okay so. Ja. Also weisst du, das ist ja dann glaube ich auch noch. Wenn man sich das wirklich wünscht, dann muss man es halt irgendwie selber wieder… Dann ist ja eh klar. Ja. Absolut. Aber wenn man sagt, hey, ich kann gut so leben, dann lässt du es so auf jeden Fall. Ja. Ja. Ehrlich sein und Nein sagen. Es ist super schwierig. Ja. Es ist super schwierig. Ja, das stimmt. Es ist schon ein bisschen schwach. Und es ist… Aber ich habe es eben wie gemerkt, ich weiss nicht, ob ich die Person jetzt nennen darf. Also darum, ich sage, eine bekannte Comedian aus Deutschland, wo mir dann irgendwann gesagt hat, du musst das im Fall nicht alles machen. Mhm. Weisst? Ja. Aber es ist auch… Es hat wie beruflich angefangen. Ja, ja genau. Du rutschst so in das rein, ja. Ja. Wo ich gebucht worden bin für ein Event im Ausland. Und ich sogar von mir aus, weisst du, gefunden habe, für einen Auftritt, für einen Auftritt fliege ich eigentlich nie nachher. Sondern ich probiere dann immer mehr daraus zu machen. Entweder mehrere Auftritte oder halt noch ein bisschen… Ferien. Ferien oder irgendwas, ja. Ja. Und in dem Fall ist es Wien gewesen. Und ich so, voll geil. Wien, ich liebe Wien. Ähm. Und ich habe dummerweise denen aber auch kommuniziert, dass ich dann noch länger werde sein. Und dann ist es ein riesiges Zeug geworden mit irgendwie… Sie holen mich ab am Flughafen. Und ich fand, mega natt, aber muss eigentlich nicht sein. Vor allem… Du hast dann auch noch dumm gesehen, kommst du am Flughafen an. Dann heisst es, ja, es geht nur etwa dreiviertel Stunde. Aber ich hatte ja in der Zeit schon lange im Hotel sein, weisst du. Bla, bla. Ja. Und dann ist es wirklich so gewesen. Die grossen Paraden. Wir fahren jetzt mit ihm überall hin. So, jetzt gehen wir noch hier vorbei. Hallo. Und jetzt gehen wir hier noch vorbei. Das ist nämlich die und die Person, weisst du, wo das und das macht. Oh, das hasse ich. Und du fühlst dich wirklich einfach wie ein Passagier in deinem eigenen Leben. Und einfach so, ah, ich habe nichts mehr im Griff. Ja. Ich werde jetzt einfach so rumgezeigt. Und dann haben sie eben noch gecheckt, ich bleibe länger. Hey, morgen Brunch. Ja, dort und dort. Weisst du, wir müssen dir noch das vorstellen. Richtig. Und am Brunch dann so, hey, machen wir noch schnell ein Fotoshooting. Ja. Weisst du? Und ich habe aber nicht einmal dran… Keine Sekunde habe ich überlegt, dass ich irgendwann mal sagen könnte, hey, im Fall nicht so. Ja. Sondern ich habe das einfach alles mit mir machen lassen und bin mega gefrustet dann irgendwann zurückgeflogen. Weil ich sage, ich bin jetzt drei Tage in Wien gewesen und ich habe nichts gemacht. Und ich kann echt noch so… Und dann habe ich das dem einen Comedian erzählt und er so, du musst das im Fall nicht alles machen. Und man wird von dir nicht von einem schlechteren Menschen reden oder als schlechterer Mensch denken, wenn du sagst, nein, ich will das nicht. Und ich bin immer noch dran. Es ist ein mega langer Prozess. Es ist sehr schwierig, weil es ist wirklich eine Änderung aus dem tiefsten Inneren, die du machen musst. Ja, voll. Weil du hast dir das so fest antrainiert, sage ich jetzt mal, und unbewusst, man lässt es einfach so ein bisschen machen. Voll. Ja, also da bin ich wirklich auch sehr ähnlich. Also ja, oder du hast dann manchmal fast das Gefühl, du bist dann vielleicht noch für etwas gebucht, du musst dann so etwas echt bringen und so. Und dann kannst du doch nicht jetzt dazu etwas Nein sagen. Dabei bist du vielleicht für etwas ganz anderes gebucht oder bist du einfach für den Slot gebucht und dann was rundherum ist. Also ich habe einen geilen Event mal moderiert. Die erzähle ich jetzt nicht gerne die Geschichte, weil du es nachempfinden kannst. Und als ich an einem Event gesehen bin, das Vorjahr hat Sven Epine moderiert. Und egal, was es ging, hat es geheißen, oh, letztes Jahr ist der Sven nach dem Event noch hinter der Bar gestanden. Ja, genau. Und hat noch zwei Stunden Bier ausgeschenkt. Ja. Und du bist so, fuck, wenn der Sven das gemacht hätte, dann muss ich das auch machen. Genau. Und das ist klassisch. Und das ist wieder etwas, warum können die Leute sich nicht hineinversetzen, dass das ein bisschen peinlich ist. Also das kenne ich genau so auch. Also früher hat es eben der und der moderiert und der ist einmal nachher mit uns dann noch zu Nacht essen. Ja. Und dann sind wir dort und dort noch eins zu nehmen. Ja. Ah nein, du hast mich buch für die Moderation. Wenn ich Lust habe, weil ihr coole Leute sind, nachher mit euch noch eins zu trinken, mega gut. Aber ich lasse mich eigentlich grundsätzlich nicht so instrumentalisieren. Und dann weisst du genau wie es läuft. Dann ist noch, ach wir müssen dir noch da jemanden vorstellen und da. Ja, ja. Und spätestens wenn jemand einmal bei mir sagt, das ist Fabienne, sie ist das und das und das oder sie macht das und das, dann löschst es mir einfach ab. Ich bin einfach Fabienne. Aber wenn der Zusatz, also ich weiss nicht, ob du das auch kennst, aber wenn jemand dich vorstellt, dass er ist der Joel, weisst du, er ist der Comedian oder weisst du, er macht das und das, dann ist für mich immer schon so ein bisschen Red Flag. Ich, ich, mir löst es ab, wenn es in diesen Bereich geht. Ich habe mal eingenehm, habe ich mal gelesen, dass das, dass das sehr gut ist. Leute vorstellen, noch mit einer Info. So. Ja, ja, aber dann ist die Info, das ist Fabienne, sie liebt im Fall Wasser, sie ist schon aggressiv. Richtig. Ich wachsend, finde Wasser mega geil. Richtig. Ja, dann kann ich irgendwas damit anfangen. Und darum sage ich, wenn es eben so in das auf geht, so. Ja, weisst du, er tritt immer auf und, äh. Hast du sicher auch schon im Fernsehen gesehen? Ja, genau. So Zeug, das löst mich auch ab, aber wenn es ihn ja heisst, das ist der Joel. Ich weiss doch auch nicht, irgendetwas völlig random, das du halt in Bezug hast mit denen. Ja, genau. Ja, aber dann hast du gerade so, ach was, wie ist das denn gewesen, hä, wieso kennen die Rüchte? Und ich so, yeah, ich bin zweiter geworden. Weisst du? Ja. Und dann bist du irgendwie so, ey, in einem völlig anderen Bereich von Talk. Ja. Also einfach so, aha, okay. Ja, weil wenn du nach einem Alas oder so mit irgendjemandem noch eins trinkst, dann ist es auch einfach nicht geil, wenn du zum 500.000 Mal die gleichen Fragen musst beantworten. Genau. Ja. Ja. Und dann ist es eben geil, über das Go-Kart-Rennen zu reden. Ja. Oder ob ich auch im Winter bei 12 Grad in Ägeri See gehe, ah was, du machst das auch. Ah ja, blablabla. Machst du das? Ein kleines Beispiel, ja. Ist doch dann viel cooler. Wirklich? Gehst du auch im Winter in Ägeri See? Ja, wenn ich kann. Ich gehe nicht mega viel, aber es ist super, um einfach zwei Minuten so voll runter zu kühlen. Weil das habe ich noch, das habe ich noch als eines der nächsten, eben Ziel. Das ist ein sehr einfach, erreichbares Ziel. Das ist nicht, man muss den Weg suchen dorthin. Äh, ich will, ich will jetzt auch mal im Winter in Rhein. Ja, unbedingt. Es ist so gut. Es ist wie so eine Reinigung. Unbedingt. Ja. Aber ja, man muss sich ein wenig halt überwinden. Ja, aber das ist ja das Tolle, weil ich dusche seit, weiss nicht wieviel Jahren, was sind sie jetzt, acht oder so. Dusche ich immer am Schluss kalt. Ja. Den Sommerduren dusche ich eigentlich nur kalt. Und ich merke jetzt, wie eigentlich alles in diesen Prozessen nicht mehr wirklich eine Überwindung ist. Das heisst, mein nächster Schritt wäre jetzt langsam, ah, im Herbst, wenn ich dann normalerweise würde wechseln. Wieder ein bisschen, ja. Von, ah, wieder zuerst warm duschen und dann kalt. Kannst du auch einfach kalt. Dass ich jetzt kalt losse. Und ich habe das Gefühl, wenn ich in diesem Prozess das jetzt wirklich gar nicht bekomme, das ist mein Ziel jetzt dafür, Kerbst D20, dass ich dann auch finde, okay, jetzt gehen wir mal in Rhein. Ich glaube ja, es ist reine Kopfsache. Ist ja. Eben, also es ist gar nicht wie so ein Ziel, wo du musst, du kannst es auch, du kannst es auch einfach ab heute so machen. Also weisst du, es ist wie so. Ja, aber jetzt ist es ja warm. Ja, ja, jetzt ist ja eh, wenn es warm ist. Das ist eigentlich. Aber ich will damit mehr sagen, wenn du jetzt heute zeigst, ich mache das so, dann wird es kein Problem sein. Ja, 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 ja. Und das Gleiche ist mit in das Wasser hineingehen. Ja. Weil ich habe zum Beispiel, ja auch mein Mann, der findet dann auch so, ah, nein, und hat dann so den Fuss hinein, so, ah, nein. Und eigentlich ist es nur, ja, geh einfach hinein. Es ist wahr. Es ist wahr. Aber dort habe ich nicht so ein Problem. Eben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dann dort stand in der Badehose und finde... Ja, und es gibt dann so die Leute, die so... Nein. Nein, nein, nein. Es ist wirklich mehr... Wenn ich effektiv mit der Badehose, ich wohne da gerade rein. Weisst du, wenn ich effektiv rauslaufe, dann ist es passiert. Dann ist es schon passiert. Ja, ja, ja. Ja, das meine ich. Und ich glaube, es gibt dann schon einfach viele Leute, die dann stehen da und dann wird diskutieren und dabei musst du dann einfach... Genau. Wenn du die Badehose zu Hause in der Wärme anlegst, dann ist es eigentlich schon gelaufen. Absolut. Absolut. Ja. Geil. Ich freue mich. Ich mache ihn den Datum fix. Mach das. Ja. Okay. Schickst du mir ein Video? Mach ich? Ja, ich werde es dir sehen. Ja, also. Das ist gut. Ich mache ein Video, wenn ich dann... Wenn du wirklich... Und es muss aber... Er muss unter... Unter 13 Grad muss er sein. Okay. Also, warte, wo habe ich... Wo habe ich meine Handy an? Ich weiss gar nicht. Ich mache mir nachher den Datum. Irgendetwas im November. Im November wird sicher... November ist gut. Haha. Aha. Im November mache ich eh... Mache ich eh so eine... So eine Fluss... So eine Flussfahrt. Et voilà. Dort war es eigentlich noch ein guter Moment. Perfekt. Ich freue mich auf das Video. Sehr gut. Und ähm... Was wollte ich noch sagen? Wie lange sind wir da eigentlich schon am Schluss? Eben, wir sind jetzt... Äh... 1... Seit es läuft... 1.38. Nicht schlecht, gell? Wow. Ja. Jetzt sind wir auch langsam durch. Weil du musst... Du musst an den Flughafen. Ich darf an den Flughafen. Du darfst an den Flughafen. Ja. Ja. Wir bewerten das früher noch. Ja. 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 Ihr muss noch auf den Flieger... Die Fabienne. Stimmt. Robbie Williams meistens, oder? Ja, ja. Genau. Einfach, weil sie kein Bock haben. Genau. Auch dort hat ja Nein gesagt. Irgendjemand hat Nein gesagt. Ich wollte gerade sagen, von denen müssten wir lernen. Ich bin bucht für die dreieinhalb Minuten. Ich sitze doch nicht noch aufs Sofa mit all diesen Büschern. Scheiss auf das! Sicher nicht! Und ich bin jetzt auch nach 1.38 Stunden mit Joel. Also sorry. Richtig. Jetzt habe ich es gesehen. Genau. Das war mega cool. Ja. Vielen, vielen Dank. Bist du gekommen? Ja. Ich habe mir wirklich 0,0 Sorgen gemacht und ich habe mich nur gefreut. Auch wenn wir bis jetzt vielleicht, was haben wir, fünf Minuten am Stück geredet haben vor heute. Ja. Da habe ich gewusst, wir kriegen locker sogar 1.38 an. Nein, das ist verrückt. Ich habe es sehr spannend gefunden. Ja, gleichfalls. Und auch motivierend. Und das ist immer das Schöne. Ja, ich gehe jetzt wirklich auch mit einem mega schönen Gefühl so raus. Wir haben wirklich ein paar so tiefgründige Sachen irgendwie so mitgenommen auf dem Weg. Das Wegnehmen dazwischen. Ja. Ja. Und jetzt noch Lebenstipps. Wirklich Nein sagen. Für sich auch mal einstehen. Das nehme ich wirklich gerade voll motiviert mit. Und bin unter 13 Grad ins Wasser. Das sowieso. Das lege ich jedem ans Herz. Nice. Also. Und zwei Minuten langt. Wirklich am Anfang ist so zwei Minuten am Anfang schon hart. Ja. Aber es reicht. Ja, ja, ja. Ich glaube schon, dass das dann auch bei mir reicht. Ich weiss auch, was etwa der Teil ist, wo ich dann schwimmen kann. Für zwei Minuten. Weisst du? Ja. Ich wollte es gerade sagen. Und sonst gehst du einfach rein und hältst dich noch. Nein. Es ist viel lustiger, dass ich dort reingehe und dann da wieder raus. Super. Ja. Ich freue mich auf das Video. Sehr gut. Vielen Dank bist du da gewesen. Hoffentlich irgendwann wieder. Und auch da danke David, danke Christoph. Übrigens zum ersten Mal im neuen Set. Ich hatte es sehr Freude gehabt. Alles Liebe. Bis bald. Danke vielmal. Peace. Tschüss. .